Jetzt darf der Mager wirklich langsam kommen jetzt bei uns. So, da bin ich wieder. Perfektes Timing macht dich schon mal ready, weil er hat das Force-Feedback-Problem anscheinend. Ja, bin da. Und es kann sein, je nachdem, wie gut er das halten kann, dass wir dann vorziehen. Absolut, bin da. Gut, dann warten wir mal kurz ab und schauen, was passiert. So, können wir kurz mal soundcheck machen wo ist p3 aktuell eine lap down wow okay jetzt hast du das erstellt okay geht wieder ich muss doch gerade soundcheck machen das ist so schwach ist so komisch gerade kommst du auf deine fest klar ja geht noch denke ich also es sieht jetzt nicht so schlecht aus also was ja ich habe was bestellt kannst du mich hören ja fast ja ich habe was bestellt der ist so schnell mit dem bentley holy shit ja jetzt macht er da keinen stress warum habe ich denn jetzt hier können wir mal kurz soundcheck machen ich höre dich jetzt mal reden kurz dass der chat dich wird das test 1 2 3 laut genug chat oder lauter hallo rede mal kurz bitte ich rede mal bitte in normale lautstelle ich rede ganz normal also regulär ohne irgendwie lauter oder leise zu reden wie üblich oder so wie sonst das test oder 3 das wär doch schön wir sind p1 alles gut ja ja es ist danke gut läuft alles ja es ist das scheiß egal eigentlich doch was dann ja keine ahnung ich werde ja Ja, ich habe zwar gewusst, dass der Bentley kommen wird, aber ich habe halt nicht gedacht, dass er schon so früh kommt, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch noch nicht damit gerechnet, dass die uns halt jetzt in dem Stint so viel abnehmen. Wir haben den Haufwahlmarkt, gib den Schick. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Peace out, peace, Shubi. Dizemo, Dizema. Also von dem, was ich sehe, ist deine Pace-Sovide super in Ordnung. Und wenn das für dich passt, dann würde ich den Stint erzählen, dass du den normal zuerst nimmst. Ja, ja, der Pace ist auch normal, alles gut. Okay, passt zu B. Ja, dann war das ein kurzer Schockmoment. Ich habe jetzt vorne viel zu viel Druck drin. 28-4. Warum auch immer die Beine so hoch schießen, keine Ahnung. So. Kann er sein Stint doch zu ernährt? Ja. Geil. Peri, danke schön, für 18 Monate übrigens. Dann bist du fast, die Nallat, Vorsicht, da ist ein Bentley links. Also halt dann eine Schikane. Ich hab's mit dir. Ich hab's mit dir. Hast du jetzt eine Zeit, wie lange er noch drinnen bleiben muss? Oder draußen? Nicht mehr lange eigentlich. Also ich denke, an die 10 Minuten pro. Okay. Also noch ein paar Laps. Wie viel Restzeit hast du noch? 10 Minuten. Danke. Yes. 10 Minuten. 11 Minuten. 10 Minuten. 11 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Jetzt geht's five. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist halt fucking unnötig, was der da macht. Ist ja noch nicht schlimm. Die Bentley-Boys kommen so oder so. Ja, halten, wenn wir das sehen können. Ja, schade. Ja, immer mit der Ruhe. Noch vier Stunden. Alles passieren. Ja, immer mit der Ruhe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte gerade sagen, wie stark bist du mit deinem T-Shirt 1? Ja. Ja. Ich sehe gerade auf dem Thermostat 32,4 Grad. Oh, holy shit, Alter. Ich glaube, ich kann nicht verstehen, dass deine Wheelbase sagt, nee, schuze nicht mehr, Alter. Zum Schluss ging es aber wieder mittendrin. Ja, ja. Keine Ahnung, oder? Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, der Bettländer die ganze Stunde fahren müssen. Da bist du auf einmal schneller geworden. Ja, irgendwie, ne? Wenn die Stunde kommen, dann geht es nochmal los, ne? Ja, ja. Der sah sich dann hier und hat gesagt, Kleiderpisser. Ne, aber ich meine, das waren die, die, die beim letzten Mal auch so schnell waren. Und es war irgendwie klar, dass der kommen wird. Tatsächlich habe ich jetzt nicht erwartet, dass er diesen Spin-Shirt kommt. Ich habe das gedacht, dass er jetzt auf dem Macker aufkommt. Ja, ich hatte mir ein paar Kutzer drin. Da habe es nicht schnell mal 2-3 Sekunden angekostet. Ja. Deswegen. Aber ist egal. Es ist trotzdem super, super sauber gehalten. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Kuts, ja? Ja, er darf keinen mehr machen. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit ein bisschen vorsichtiger gefahren. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, ich würde halt gerne eine Ahnung, was zu essen wollen. Das heißt, ich würde gerne noch warten, bis du dann in Lensicht fertig bist und dich mal geduscht und gewechselt hast. Also, es gibt immer so eine halbe Stunde oder sowas, dann bin ich wieder da und dann kannst du das gerne machen, ja? Ja, passt. Dann bis gleich. Jo, rasch dich. Ich habe den Macker-Chat und den Mitchell-Chat auch irgendwie offen. Also, ja auch. Ich kann alle jetzt nicht mehr da davor leben nehmen. Pechkapp. P2 ist Boxenstopp bereinigt, also wir werden P2 sein, weil P1 werden wir locker verlieren. Das war das T10 nicht im Boxenstopp richtig eingestellt, das muss ich dann nochmal nachfragen. P1 müsste, oder der fährt noch eine Lap-Grad schneller. P1 ist schneller als wer. Kurze Frage, möchtest du mit TC4 fahren? Ja, bis dato fühlt sich das ganz gut an. Okay, weil normal war die so teilgestellte, okay? Ja, ich weiß. Ja, Nils kann Map1 fahren, der verbraucht nicht so viel wie wir. Es ist im Warten. Ja, die beiden lila ANGs in der Box, an wo die gestanden sind, das war schon not bad. Wir werden Safe P1 verlieren, wir hatten jetzt der Kack Outlab mit Traffic, der war 1 Sekunden, 6 Sekunden hinter uns und daher werden die Safe Art selbst mit Pitstop an uns vorbeiziehen. Wir sind dafür viel zu weit hinten. Also wir werden mit 6 Sekunden Abstand so rauskommen. Ja, aber P1, wir warten bis in drei Kurven zu spät, also das ist viel zu weit. Das reicht im Ansatz nicht. Ja, ob P1 crashen, wir crashen, wir kriegen vielleicht nur ne Drive-Thru. Das ist, ähm, das ist egal. Fakt ist, die sind schneller, das sind jetzt P1 aufgrund der starke Pace und das ist auch so. Ich hoffe einfach nur, wir fahren, dass wir das Safe so durchfahren können. Vielleicht ersparen wir uns den Drive-Thru, das wäre mega und dann schon mal weiter. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja Zeit, bei mir im Chat wird nicht so viel gespammt, dass ich da auf jeden Scheiß sofort antworten muss, lol. Ja, oder alle werden von Aliens entführt. Ja, gut. Ja, gut. Ja, Goldi ist, ähm, Fahrer glaubt, wenn das der Goldi ist, den ich denke, dass das ist, der bei Raven Oil GT auch fährt, dann ist der alles andere als langsam. Und ja, 26 Sekunden. Oioioioi. Ich glaub, die doppelsten Reifen. Ne, 7 Sekunden, 8 Sekunden. Jetzt sind wir wieder am Fenster. Okay. Ja, Goldi ist ein Flott, ja. Das der ist das, ich denke, das ist das, dann ist der auch nicht langsam. Haben wir ihn im Delta? Ja, wir haben Goldi im Delta. Also können wir gleich mal gucken, was der für Rundenzeiten fährt. Es geht ja auch nicht darum, ob er sich mit ihm Pace halten kann. Kann er ja nicht. Das wissen wir ja. Aber es geht einfach darum, wie groß ist der Pace-Unterschied und so. Ja. 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 Ja, 40 tief. Ja, das ist auch was anderes. Ja, genau. Das hast du halt schon wieder geraubt. 40 0. Ja, genau. 40 tief. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, genau. Vielleicht, wenn ich über die Herde der Strecke komplett drüber cutte, ja, dann schon. Ja, immerhin, also die P3-Gap ist halt das, wo ich auch Ausschau halte, dass wir einfach gucken, dass wir auf P3 Abstand halten können. Ich glaube, ich weiß nicht, was die da hinten machen, dass der Aston halt so weit zurückliegt, keine Ahnung. Einfach fliegen, ja. Einfach, einfach gerade aus in die Wand fliegen, das sehe ich nicht. Einfach mal so an der Schikane so über den Körper zu stark drüber, dass es mich komplett aushebt und ich in diese Tribüne rein fliege. Da sehe ich mich. Ja, Ray fährt er jetzt, ne? Der hat, der ist. Ja, mal gucken. Was fährt ein Ray? 43,7, ja. 43,4. Ja, das wird interessant, ob er da aufholen kann. Da, 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 da. Ja, Nick, ich weiß nicht, wer mit angenehmer Stimme gemeint sein soll. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich kam da rein. Da, gut, danke für den Follow, herzlich willkommen. Alter, der mag er fährt gleich zu weit 40er, will der mich verarschen? Da kann es ja doch. Und, äh, die Magie, wie auch immer man das richtig aussprechen sollte. Danke für die Vollzeit willkommen. Also, wenn du mir nochmal erzählen willst, dass du langsam fährst, ne? Halt die Schnauze bitte. Hihihihi. 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 Weißt, er fährt den 42,7. Einfach mal so schnell wie Xetrad gefahren ist. Und dann, will man ihm loben, farkastisch, er holt auf P1 auf. Sag mal, hast du mal deine Schnauze bitte? Ne, ne. Es ist halt mega. Er fährt jetzt 42. Es ist halt mega. Ja. Der Scheißpiste hat einfach gesandbacked. Der hat jetzt einfach die Sandsäcke rausgeworfen. Er hat richtig den Hamilton Softball, äh, so bei dem, beim Retesting so. Weißt du, wie, wie Mercedes so, weiß? Bin sehr sorry für das Wort Schnauze, aber quatsch bitte nicht mit mir. Also, wenn es nicht wirklich trinken notwendig ist, lasst es bitte. Meine Sandbagger. Ja, ich weiß Bescheid. Ich wollte nur sagen, dein Face ist super mega und ich melde mich, wenn was ist. Er fährt halt ne... Er braucht mir nichts zu erzählen. Er fährt halt ne super Pace. What the fuck? Er könnte halt, er könnte halt mit Raymit halt passen. What the fuck? Wenn er nicht sogar genau... Ja, what the fuck fährt der hier für ne Pace? Das ist halt nicht... Das ist halt ein Quantensprung. Holy shit. So schnell ist er noch nie gefahren auf der Strecke. Nein, Leute, das ist mega. Das ist echt gut, was er gerade macht. Das ist top. Das ist wirklich top. Das muss man auch mal so sagen. Das ist wirklich, wirklich mega. Das ist wirklich, wirklich mega. Ne, Dizzy ist keiner der Flex mit seinen Aussagen. Ne, ne. Aber einer ist er nicht. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Tino, wir haben einen Boxenstopp gehabt, wir hatten eine Kack-Inlab, eine Kack-Aus-Outlab und dementsprechend seid ihr verloren, aber es ist egal, weil die Pace, was diese Bentle fährt, im Team insgesamt, können wir nicht halten. Nee, äh, wie leid, ich fahre als letztes. Ja, wie gesagt, also, ich möchte nur mal kurz, und das soll was Akastis sein, denjenigen Grüße in den Chat, der geschrieben hat, ja, äh, Maga fährt niemals die Pace von Goldie, bitteschön, bitteschön, nur mal kurz hier so, sei mal kurz gesagt, also wenn er jetzt das nur ein bisschen konstanter fahren würde, die Fehler passieren, das ist okay, er fährt das zwar nicht bei weiten konstant, so wie die da vorne, aber das ist schon top, also echt. Ich hoffe halt nicht, dass der Weller ihnen auffällt, also es ist ja die Frage, bei der Weller scheint nicht schneller zu sein. Ist er da? Ähm, ja. Äh, ich wollte mal kurz informieren, Maga fährt deine Pace. Oh, ist doch gut. Ja, er fährt halt seine zweite Lab auf der Strecke, es hat eine 42.7 gewesen. Der, 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 der Lütter hat, weiß, Bandback, oh, Setup, Scheiße, äh, das hast du mir nicht gesagt, und hat ihn gut getragen, er fährt deine 42.7, außen nichts. Ja, gut, muss man abgarten, denn die Konstant fährt natürlich Respekt, ne? Ja, er hat ein paar Schnitzer drin, aber er musste, er musste sich halt den Flow noch aufbauen, aber so, ja, das ist mega, also ich freu mich halt, ja, ich bin so super für ihn, also das ist halt mal richtig so ein bisschen so eine Erlösung. Aber gut, man darf halt auch jetzt nicht vergleichen, ich bin jetzt zwei Wochen kaum gefahren, ne? Naja. Das passt schon. Deine Pace war jetzt aber auch von Grund auf nicht langsam, du hast ja auch direkt mit mehr Schritt halten können, also, du warst ja sogar im Endeffekt, in dem einen Ding warst ja schneller wie ich. Ja. Einmal ne 41.9 sogar eben gehabt. So, ähm, du bist jetzt da? Ich bin da, ja. Dann würde ich ihm jetzt kurz was messen, also mal gucken und dann, bis gleich. Jo, die geht. So. 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 Mein Handy! So. So. Boah. Oh, chat, jetzt habe ich euch ja auch mal vom Armhöl. Wat geht, wat geht! Untertitelung des ZDF, 2020 Danke euch! 26 mal, 1,43,5 37,31 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 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 6 6 6 6 7 8 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 21 22 24 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 temperatur ja ich bin echt happy dass das so eine super pace fährt ja auf jeden fall leute lasst es bitte da mit dem fußballer gerade noch muss nicht sein so Ich wusste gar nicht, dass der Bentley schon wie das, ein anderer Bentley auch noch 30 Sekunden hat, sonst kann das... Mhm, der ist auch sehr schön unterwegs. Na, weil wir ne jetzt einfach wieder, ey. Kann man stuzen? Ich hab das mit Johnny Boy schon gemacht. Sonst pinzt du dir nur selber so ne Zülscheibe aufm Arsch aus der Strecke, wenn du mal fährst, ne? Da kenn ich nix, wenn du so frech bist, übe ich dich raus, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Staubsauger, da wird's auch weg. Was fährst du mit? Ich glaub, das wird nach dem Extra-Pitz-Tabau ist. 4 Sekunden ist gut. 4? Scheint, ja. Klar ein bisschen hart aus, ja, aber wenn der 4... Save 4 Sekunden? Ja. Okay, dann weiter. Ja, 4 Sekunden mehr ist nicht. Alles gut. Ach, bin ich das sehr beruhigt. Dann einfach weiterfahren. Das ist ne Mega-Place, wie du hast. 4 Sekunden, Alter. Wie war das denn? Bitte nur 4 Sekunden. Glück, ja? Glück im Unglück. Also ehrlich. Das kostet halt wieder nach hinten. Leider. Ne, hat das richtig eingestellt. Das Menü hat's richtig angezählt. Weil so anscheinend hat das, äh, hatten wir echt Glück. Oh, nein. Scheiße. Das sind 34 Sekunden. Ja. Oh, nee. Das sind 34 Sekunden. Das sind 34 Sekunden Schaden. Weil die Reifen nicht drin sind. Ja, dann sagen wir's mal gleich, ne? Ne, warte. Lass uns mal bitte angucken, was er runterfährt. Ja, dann kommen wir's mal gleich. Ja, dann kommen wir's mal kurz. Warte. Warte. Das war's für heute. was macht man also ich würde sagen wir gucken uns das jetzt noch ein paar und mal wie die zeiten sind aber es ist halt der halbeste ist halt schon oder wir machen das so wir schicken ihnen zwölf minuten in die box weiß was ich mein ja ja ich muss mal gucken ja meinen zwölf minuten ja das ist schon ganz gut eigentlich weil dann haben wir die stunde rum naja dann hatten wir einfach dieses sind weil sonst verlieren wir viel mehr zeit ja ja also die halbe stunde jetzt ausreizen ja also noch also tut mir bitte den gefallen weil sie drüben im chat bitte jetzt nicht anfangen irgendwie ein boxenstopp gefummel reinzuschreiben weil das unterbewusst wird es nils lesen und ich will nicht dass es sich jetzt darauf fokussiert was mit dem schaden ist das soll hier machen wohl okay also weil der ließ das halt auch mit und dann ist eigentlich ganz bei der sache weil das würde jetzt selber schon aber ich würde sagen von der pace ist es nicht so schlimm lassen wir ihn die paar minuten noch zu ende fahren also den stent karten und dann gibt er noch mal voll attack im zweiten sind oder denke ich auch so längst ja auch so ich weiß gar keine ahnung wer das kommt normalerweise passt das wenn wir fahren lassen wir noch eine runde fahren dann muss man kurz gucken auf seines zweiten sind wie stark sich die reifen verändern von der temperaturen ganz schön an der tür eben ja ja Nils, für dich zur Info, wir werden den Stint cutten, weil wir verlieren sonst zu viel Zeit. Du fährst die Stunde noch rum, also die 10 Minuten fährst du noch durch und dann machen wir den Pitstop und reparieren das Auto und dann machst du noch mal einst in voller Attacke. Was, 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 dreh Deutsch, was meinst du mit Karten in 10 Minuten? Du fährst in 10 Minuten in die Box. Okay, also, ja, 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 also bei drei Stunden. Genau. Sehr gute Entscheidung. Okay, genau, wir gucken, wir lassen uns wegen deinem Rücken noch was einfallen und dann, wo brauchst du mir nichts einfallen, dann? Ich brauch die Reifenbrücke. Also, du kannst auf der rechten Seite plus 1 machen, beide hinten und vorne. Okay, und links zu lassen? Links kannst du so lassen, ja. Aber dann bräuchte ich das jetzt, demnächst bitte? Ja, klar. Dann brauchen wir erstmal drei Runden greifen, drückgerechnet. Tschöööö. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ja da. Jo. Wann ist denn? Er meinte, ich soll die Reife drücken links beben zu lassen und nach rechts 0,1 hoch gehen. Okay, hast du schon gemacht? Ich bin gerade erst am zusammenschreiben. Okay. Witz. Nächste Runde machen wir das. Okay. Alter, ich muss das zusammenschreiben. Immer dieser Stress. So. Ähm. Das Ding ist halt, ich hab halt Angst, dass wenn die Temperaturen hochschnellen, weil das wird jetzt passieren im nächstensten. Ja, ist egal. Scheiße. Ja, ich muss sie aufschreiben, ich muss sie chronologisch richtig in den Discord reinschreiben. Ja, hättest du ja auch erst geben können und dann aufschreiben können. Äh. Ich geb sie ihn mal gleich, wenn er auf der Schikane vorbei ist. Mach Glück. Mach Glück. Mach Glück. Ja. 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 Und 26,4. Hinten rechts. Also ich wiederhole 26,8, 26,2, 26,7, 26,4. Richtig. Gut. Also genau bei drei Stunden rein, ja? Genau. Ja. 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 Du hast auch schon wieder hier eliminated. Und die kamen gespielt hier. ganze noch damit auf der Straße selber. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir werden über den Crash nichts reden und nichts schreiben. Das soll der Mager komplett ausblenden können. Er soll sich konzentrieren auf sein Rennen. Dann könnt ihr das mit ihm bereden, wenn er aus seinen beiden Stills raus ist. Was da geschüttelt wird, dieses... Der Chat ist wild. Einfach wild. Nein, nicht diese Runde. Nein, nicht diese Runde. Soll ich eine mehr fahren? Ich komme nicht auf 3 Stunden. Ja, bitte noch eine fahren. Danke. Ja, bitte noch ein paar Tage. Ja, danke. Und bitte dann nochmal überprüfen, ob du alles eingestellt hast. Sprit ist eingestellt, Reifensund eingestellt, Schaden reparieren ist eingestellt, Fahrer ich ja. Hopp. So. 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 hast sehr schön jungs könnt ihr sagen bitte 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 wenn ich euch sage nicht ansprechen bitte nicht ansprechen bitte ihr holt mich jedes mal wieder raus also wenn es wirklich nicht wichtig ist müsst ihr nicht mit mir reden also ich habe alles im blick wirklich hin wenn es nicht wichtig ist bitte nicht mit mir sprechen also heute ist mir das super wichtig alles gut danke nur als info ich hoffe dass die reifendrücke erreichen aber stelle ich darauf ein es könnte jetzt mit reifen noch ein bisschen heiß werden eventuell ansonsten wünsche ich dir einen ruhigen schönen zweitesten das ist nicht dein ernst hat sie jetzt hey oh Oh, du... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, da gibt es das. 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 Ja. Ja, da gibt es das. 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 Nein, da gibt es das. schreiben das ist ja heute heute sind alle wirklich hat rechts nachgestellt um vier klicks oder drei klicks das ist genau das was zu warm ist er hat nachgestellt noch mal nachdem du durchgegeben hat ist es ist ein ernst ja weil er halt schaden hat und rechts ist viel weniger kugelte als links aber das weiter schaden wir haben den 40 minuten drei von uns richtig schön durchdrehen dass er denn die halten sich konstant das habe ich auch schon gehabt in dem letzten ding das ist eben auch konstant bei 28 gewesen aber spaß macht es nicht das geht noch besser zu hoch als die naja tatsächlich mittlerweile ein bisschen niedriger alter ist der fall als auch wenn das ganze rennt seine ihre haben ihre karriere und da kommt die volle alter langsam wird es echt nervig ruhig ja das ist halt sorry aber das geht bei dir so am besten aber wir gucken gerade das wessel don't do it don't you dare da 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 Oh, come on. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wo ist eigentlich Michel? Keine Ordnung. Noch was hatte der vor? Der macht es auch immer schlau, ne? Betze ausdrücken und dann geht er erst mal aus K. Wenn er mit seinen zwei Stunden durch ist, ganz ehrlich. Was anderes zu tun mit einem scheiß Aquileg, dann welche? Keine Ahnung. So. Ah, muito klasse. Oh, oh, oh. Boah. ja mit dp sie hat er halt sich ins knie geschossen weil natürlich es ist du bist zeit bei 28 bist du halt am zeit am näherlichen grip limit von reifen viel näher und auf der rechten seite manche kurven kommt ja das halt ja das ist halt alles andere als gut gefahren halt links rum daher brauchst du rechts auch guten reifendruck und damit hat er recht zu definitiv zu viel eingestellt hat auch an der grenze aber ja und extra weil die auch die temperaturen jetzt so warm werden hätte ich jemand extra das wäre so super gewesen dass es zu weit unten hat aber naja also ganz ehrlich wenn wir es schaffen das mag hat diese phase jetzt hält und wenn nicht mehr auf verlieren dann gehe ich voll und gebe ich alles was es geht dass ich da irgendwie noch nach vorne kommen ich muss halt er ist nicht langsam aber ich muss halt senden wenn man was hat ausschlaggebend das hat die kreis jetzt läuft dass der abstand nicht zu groß ist oft zeigen dann schaue ich was geht was der c5 ist jetzt in etwa der fette kleinsteilung der bilde wie aktuell 1 141 hat das ist schneller gleich für deine 1 248 der disco die sie wieder schneller wenn das in der rücken komplett konstant umkriegt Ja, ich glaube, er hat Respekt zuerst, dauert wieder, glaube ich, noch ein paar Runden, bis er wieder kommen ist. Ja, mich zieht das halt jetzt, was er jetzt hier gerade ein bisschen runter, ehrlich gesagt. Ja, klar, ich habe auch jetzt nicht die beste Lonekzade, aber auch noch neben einer anderen Sache, gerade nebenbei. Ja, ich sage mal, ich sage halt, ich will lieber meistens hier den Eimer weg, wo er halt voll am senden ist. Ich habe kein Problem, dass vor dir das Positionskampf. Ach, der ging bei mich. Doch, das ist der Jamin, der hat, ja. Ja, gut. Lieber schmeißen mir Dizzy halt das Auto weg beim voll senden, als halt beim, keine Ahnung, irgendwas anderem. Und ich respektiere das halt, weil wenn er auf der schnellen Pace wegwirft, ehrlich gesagt, ich habe da gar kein Problem mit. Und ich drive-thru, ganz ehrlich, das war auch nur ein rauszögern, ob das irgendwann passiert. Das ist auch nicht das Problem. Ehrlich gesagt, es ist nur so ein bisschen schade, wenn man ihm halt so ein, ich will ihm halt nichts Böses, ich will es ihm halt nur gut zusprechen. Er geht ja auch zu uns und sagt uns, dass wir ein Superschutzfahrer nehmen und sowas, weißt, ne? Ja. Weil wir waren halt auch P3, also es ist jetzt nicht, dass P3 so weit weg ist, aber war jetzt halt auch. Ja, ist doch echt egal, oder? Wenn das gleich ist, ich denke mal, fast okay, ich gehe weg. Ja, genau, es ist ja nicht weit weg. Und wie gesagt, so irgendwie genervt bin ich eigentlich, ich brauche das mal auf. Ja. Kann man auch nichts ändern, dann. Ah, bringt da jetzt nichts. Das ist halt schade. Natürlich, es ist schade, aber wie gesagt, gibt es schon noch nichts. Ich will dir vor, die Ferse will gar nicht mehr in den Fahrpark kriegen. Ja, das ist halt dann wieder so ein Ding. Ja, mal gucken. Ja, irgendwie tut es mir halt auch für Nils leid. Wenn Nils hat sich halt, also ich kenne das ja, ich kenne das ja, wenn man ein Renn fährt und dann merkt, oh geil, ich bin auf einer mega geilen Pace, es ist ja wie mit demselben Ding mit Beth First, ich bin auf einer mega Pace, fahre meine First in der Best und dann mache ich einen Fehler, hämmere ein oder sonst was und das, das kratzt an allem. Und ich hätte es ihm halt auch so gegönnt, dass er halt einfach so ein Schuh, ein zweimeges Dienst wird und das Thema ist gut. Klar wäre es schön gewesen, aber ist halt jetzt nicht so. Ja, ist halt nicht so. Ich hätte es ihm halt gegönnt. Trinkt auch nicht so nahe Zeit, als im Nachhinein dann eben gesagt, hätte, 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 ist halt nicht so. Einfach jetzt optimistisch sein und nach vorne gucken, fertig. Scheiße, ich habe nur eine halbe Stunde dafür. Na, ich gehe mal kurz auf die Toilette und fahre mich warm. Mach das. Ah, shit. Street floor again. Mach mal kurz meinen Staubsauger an, hä. Der Mute-Wischel einfach. Er macht zerriertisch. Oh. So ein Dumpel. Ja, genau. Er geht auf Toilette und fährt bis da warm, ne? Ah, der Kerl ist echt zu nahe, ne? Ja, der Kerl ist echt zu nahe, ne? Ja, der Kerl ist echt zu nahe. Der Kerl ist echt zu nahe, ne? колten Dumpel, noch einein. Otsch. Berscha. 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 Ich hab keinen Stress Leute, es zoomt nicht mehr irgendwelche Dinge Ich kämpfe gerade in meinem Kopf Gegen mich selber an Ich hab keinen Stress Und ich fahr auch nicht fucking langsam Ich kann nur noch schneller fahren Gauri Schneller fahren Und genau deswegen tritt Hab ich gesagt, der sollte sich reinschreiben Bitte lass das einfach Und da sollte sich reinschreiben Ich gehe in diesem Zimmer so ein. Ja, ja, Dachgeschoss. Was hätten Sie aktuell in der Server-Tabort holen? 21, 23. Wie lange fährt er noch? Er hat noch wirklich 30 Minuten. Das hat schon niemals so hoch sein bei mir. Ja, im Sommer, ja. Wunschwunsch. 21, 23 sagst du, ne? Ja. 21 wer hinkommt. Und was soll denn irgendwie rankommen? Ja, Cinex. Nicht jeder hat ne Klima, ne? Wäre halt geil, wenn ich so ein Ding hätte, ne? Aber, nö. Ich könnte ihn beschützen. Es geht ab bei euch, ob wir Hallo sagen. Ja, eigentlich ist soweit alles okay, ne? Ich mag ja das bisschen genervt von sich selbst. Ja, oh. Wem sagst du das? Ich habe mich auch gedreht. Ja, schade. Ich weiß aber nicht, was bei euch passiert ist. Ihr wartet irgendwie an der Box leider. Ja, ja. Einmal eingeschlagen, also ein weggebrochenes Auto und einmal dann eine Durchfahrtsstrafen aufbekommen. Uff. Joa, aber trotzdem so weit. War das irgendwie technischer Fehler oder voll? Ne, ne, Fahrfehler. Fahrfehler leider. Ja, und das zählt halt jetzt halt ein bisschen an ihm, ne? Ja. Kann ich verstehen. Also, ich sag's mal so, Max soll sich warm anziehen und ich werde voll centen mit den letzten Weisen. Der hat ne Zielscheibe auf Marsch schön produziert. Hahaha. Sag ich das nicht und ist der nervös. Es ist der nervös. Ne, also sonst ist eigentlich alles gut so. Bei euch? Joa, bin sehr zufrieden. Also, Vince und Michael haben sich ja echt die Klinke quasi gegeben. Ja. War ja krass, was die da abgefeuert haben. Ja. Dann war eh, ich hatte eine kleine Berührung mit einem überrundeten. Die war aber, die hat fünf Sekunden gekostet und dann halt so ein Dreher, der zehn Sekunden gekostet hat. Das hat mich abgefuckt. Ja, schade. Aber sonst war Pace halt für mich echt voll gut. Also, 43 tief die ganze Zeit. Sauber. Ein paar 42er geschafft. Ich glaub so zwei oder drei. Also, da war ich schon zufrieden. Sehr schön, sehr schön. Wenn du den Futter rumgebracht hast, dann ist es ja eh mega. Ja. Naja, also ich bin wirklich zufrieden bis auf den Dreher. Da habe ich mich auch sehr geärgert. Ein paar Mal auf den Spül geschlagen, während ich auf der Grasen war und die Hand davon ablassen konnte. Naja, manchmal muss ich raus, ne? Mhm. Naja. Naja. Ja, wie ich, habe ich auch gesagt, wenn da einer irgendwie, wenn du da einen Fehler machst, was halt passieren kann, dann holst du das halt nicht mehr so einfach ein. Das ist halt krass. Das stimmt, ne? Also, sonst ist die sie wahrscheinlich eh nicht schnell wie ich. Ich gehe mal da drauf. Was denn? Oh, wenn aktuell so 43 Schnitte, sag ich mal, im Durchschnitt. 42,9, 43,7 jetzt. 43,9 ist super. Also, er hat so eine J-Pace. Ja, der hatte wohl, glaube ich, eine 42 Firma gehabt, glaube ich. Ich kippe so hart in meinem Kopf gegen mich selber gerade. Das ist einfach nur ekelhafte Scheiße. Jetzt der Wagen wieder voll repariert, ne? Ja, ja. Wie lang war der? Wie groß war der Schaden? Wie viele Sekunden? 35 Sekunden. Aber es geht ja noch. Moment. 35? Moment. 35 zusätzlich zu den 30? Ja, genau. Ach so. Jetzt nicht. Also, 35. 35? 35 dachte ich, okay, das passiert. Kann man doch weiterfahren. Aber okay, wenn es dann natürlich eine Minute fünf ist, dann ist er wohl... Dann hat er den richtig an die Watt gesetzt. Ja, ja. Also, das ist jetzt halt nicht so schlimm gewesen vom Schaden her. Also, er hat halt in Anführungszeichen dafür nur an die Seite an die Eichs verloren. Aber es ist halt... Wir haben dann halt einfach die Overzeit, was wir haben müssen, halt cutten. Weil es halt einfach gepostet hat es halt, ne? Ja. Da müssen wir mal irgendwann da ein Clip von ihm reingucken. Das interessiert mich mal, was da bei ihm passiert ist. Einfach auch um zu lernen, was da oder Fehler da herkommt. Ich weiß ja nicht mal, welche das war. Hier hast du die Schikane. Also, die bei dem fünf... Links, rechts, bei dem Sand. Nicht Turn 1, sondern 4,5 ist das, glaube ich. Genau. Und dann hat er den so krass verloren. Höflich. Ja, der ist dann weggebrochen und hat links in die Bande eingeschlafen. Da hat er mal richtig Pace drauf gehabt. Jetzt sieht ja auch ganz okay aus. Macht ihr nur. Ja, das stimmt. Da geht noch was. Da geht noch was. Gut. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Euch auch. Danke. Und hoffentlich kein Reha, kein Spaß, kein gar nichts. Wird schon nicht. Gut. Mach's gut. Du Wayne. 100,000 sein. L payments geht auf化175 Minuten. Saat Schwein. 5,000身. Alles D els. enorm. Luther noch leche. Kaffee Ja, das ist eine andere Ausnahme, die bestimmt hat. Fuuuuck, maaaannn! Ihr habt eine Scheiße, kriegt deinen Arsch an der Wand. Wann ist das hier? Maaaannn! Alter, was machst du? Ja, wir gehen nur 20 Minuten. Das regt mich so auf. Holy shit. Halt die Schnauze, Jeff. Halt deine Fräse! So, können wir jetzt bitte wieder 1,240er-Zeiten fahren? Das wäre vorzüglich. Das wäre prima! Ich muss mal kurz mit euch reden, Chat. Ich weiß nicht, ob die anderen reden, aber ich muss gerade einfach reden. Stell das nicht ab 30 Prozent. Um das rauszukriegen. Aber nicht mit jemand anderem, sondern einfach nur mit mir selber. Das fehlt mir. Oh, ich gerade weiß nicht wohin mit dem Scheiß in meinem Kopf. Ich bin so unzufrieden mit mir selber heute. Ich habe mich von dem zweimal ansprechen lassen, bin ich so aus dem Flow raus gekommen, dass ich die Zeit nicht mehr geschafft habe. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn mich einer beim Fahren lobt. Das kann ich überhaupt nicht haben. Das ist wie scheiß Kryptonit bei mir. Ich fahre persönlich im West bin ich gefahren. Und dann sagt dir einer, man, du fährst aber richtig spitze heute. Es ist immer gut gemeint, aber ich kann damit nicht umgehen. Also ich bin heute zusammenfahre, das ist eine gute Frage. Das ist mir auch schon echt unangenehm. Ich wäre gerne weiter vorne angekommen. Weil ich habe mich so irritieren lassen, den zweimal ansprechen lassen. Und dann bin ich abgeflogen in der Einkurve, weil ich das Auto nicht mehr gefangen habe. Und dann war Feierabend. Weil ich noch eine Durchfahrtsstrafe kriege, weil ich das Auto mit drei Fehlern übernommen habe. Ich war quasi der Gefickte. Heute. Aber ich muss einfach das Beste draus machen, weil was anderes bleibt mir nicht ruhig. Ich meine 43.0 ist okay im Pace, aber ich würde mich halt freuen, wenn es schneller gehen würde. Das wäre auch ziemlich cool, wenn das schneller gehen würde. Und hier habe ich so meine Probleme im dritten Sektor. Die Lösekleidung ist einfach der Sektor. Wie denkst du, musst du mal echt Brustraut machen oder sowas. Das ist heute so laut bei dir. Ich werde es gleich nochmal aufstellen. Ey, Druck ist das nicht. ich kann das nur nicht haben wenn mich einer beim fahren lohnt weil ich bin also ich war wirklich eine halbe sekunde schon wieder schneller als mein training space und wenn dann einer kommt wo du fährst aber super heute dann lenkt mich das total ab dann holt mich das wieder raus weil dann fängst du an zu denken was hast du jetzt gemacht war das richtig war das kacke und dann war das noch zweimal hintereinander und dann habe ich mich einmal kurz geschätzt und dann war vorbei mag das nicht richtig also können die boys jetzt nichts dafür und das mache ich hier noch kein vorwurf weil das meine schlechte fähigkeit ist nicht er also das soll das nicht bedeuten aber ich habe halt vorher auch extra gesagt bitte spricht mich nicht an aber da wachsen wahrscheinlich da und das nicht mitgebracht ist eine verkennung von unangenehmen ereignissen heute aber keine hat schuld außer ich also muss man ja immer gleich dazu können und ich kann jetzt gerade nicht die fresse halten ich muss gerade reden aber ich wäre schnell wäre oder schnell leer der die krone richtig schon normalerweise würde ich das liebsten am liebsten jetzt das auto wegschmeißen das war schon das war schon sehr unangenehm heute war glaube ich die härteste gerichtsverhandlung seit lang mit mir selber aber ich glaube ich habe gewonnen ich höre die beiden jungs nicht alles gut wieder als wirft gute laune bedeutet guter floh auf geht's attacke ja ich habe es gleich extrem hat wirklich die gleichen alle bitte üblich machen ich habe gegen mich selber gewonnen ja sehr 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 unangenehm haben eine runde eine runde hat kurzer barmänner erst nur gefext die zeiten stören mich nicht übrigens also ja die kann man ausbrennen ich störe die nicht in meinem kopf sind die nicht drin denn nur die karls doof dass die strecke hat gefilmt gekürzt hat anna so ich und so ich 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 Phänomenale Welche Temperaturen haben wir in Game? Warte 22, 24 Also ich hab so 27,7 im Schnitt und in meines den Säulen die Warte Ach, der geht um die Fertreferenz, scheiß drauf im Pläziden Klappt 20 Minuten Ne, ich hab's jetzt im Discord dran Ja, sorry, ähm, ich werde mein Discord sehen Äh, Teamspeak umstellen Ne, sorry, dass ihr das jetzt alle hören müsstet, ich wusste nicht, dass das so krass ist Ähm So, jetzt sollte das wieder passen, hoffe ich Also ich hörte mich eben Teamspeak muten und im Discord muten Mhm Kannst du keinen Puschtu-Traub hier bewegen, ich bin aber aufs Lenka? Nein Nein Ein Lenka ist schon voll Ja, ich bin so voll Ich bin so voll Ich bin so voll Ja, ich bin so voll Ach, die bretten sich eh direkt da vorne. Platz 4 und Platz 5. Hier weit ist Ray von uns entfernt. Wie lang? Ich denke mal so 25-30 Sekunden bestimmt jetzt schon. Also wir wurden gut gemacht. Okay, ich setze Start und Ziel wieder. Wenn ich es richtig erkenne, oder? Ja, müsste Start und Ziel. Äh, Vince, gibst du mir noch deine Reifenbrücke bitte? So, demnächst. Ja. Gleich. Ach so, okay. Wir sind jetzt halt ein Grad unter dem, was eigentlich geplant ist. Also wir sind jetzt unter 23, 26 wäre der nächste Step. Ja, jetzt hat der, jetzt hat ein bisschen in der Temperatur nochmal gesprungen, ja eigentlich. Aber das wird alles korrig. Genau. Und es geht auch mal durch. Wir werden jetzt hier auf, was eigentlich teuer ist. vorne rechts 26 23 ja warte mal kurz bitte 26 3 26 ja warte 26 3 25 9 wiederholst du gleich brauchst du nicht sag ich dir gleich 6 23 6 25 6 26 3 25 9 das erste war 6 26 3 25 6 26 3 25 9 das ist doch alle gar nicht ihr weißt doch gar nicht angefordert was ich für reifendrücker habe ich habe jetzt gerade gar keine zeit sowas leute ich habe neben dem ich habe hier unterschiedlichste tab offen ich habe nicht immer den stream von marke auf ja im forgivenen habe ich nicht versprochen sonst dann habe ich mich da ein bisschen vertan alles gut alles gut alles gut ja tust du mir würde danke den gefallen ist ja dann ungefähr später am ende vom stand hinaus wie sprit ich dann ungefähr brauchen werde dass du mir das eventuell rausrechnen kannst ja ja kann ich machen aber fahr einfach die ersten paar unten am web 2 kannst du voll durchbangen wie ich ja ja ähm oh oh was ja ich habe mal ein warning drauf gepackt ja aber ein ganz wildes ja ich musste gerade chat lesen da war einer frech ja fahr 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 das musste fürs entertainment sein das steht gleich auf dem abo aber übrigens ich bin nummer 9 lass mal winzeln in ruhe ok ich mein teammate weißt du was teammate bedeutet wenn du den voll machst machst du mich auch voll und das solltest du dir jetzt gerade überlegen verstehst du weil wir sind ein team also legst du dich mit einem und ich bin grad nicht zum spaßen hier und dank gestoßen also kommt runter verstehen was du meinst du hast nicht dein bier also bezeichnet diese absolut nicht habe voll gute laune ich würde gerne endlich mal meine 1424 fahren wie vorhin aber schaffe ich nicht mehr habe ich nicht mehr in der füße den sekunden nach vorne an mir einer kurz ich weiß ich wie viel haben wir zur 117 abstand eine lab die sind jetzt 1 ja halbe lab halbe lab dammit halbe lab was soll ich in einer halbe lab zu fahren ich mutier halt wirklich bald zum michel ich bin leise kann ich gar nicht mehr fahren vielleicht einfach nur fokus und keinen fehler machen dann wird das schon ich werde ich werde nichts fragen ich bin von keinem was hören außer von dir und dann sagst du mir bitte einfach ich geb dir 20 min vor deinem ersten stoff gebe ich dir durch wie dein sprit auf die dach genau und dann wie gesagt einfach mal kurz gucken ok machen wir platz gut p4 interessiert mich das habe ich ja hat dann irgendwie so aber einfach dann auf p3 noch angreifen können oder nicht weiß er jetzt nicht was was max von der pace geht jetzt das war auch noch diese spuren wasser die blubber weiß ich hätte mir immer gar aus wünsche ich viel spaß noch wir hören uns das ist natürlich das einzige was ich hören ist meine eigene stimme wenn dann das ist was anderes aber ich will das auch nicht umdiskutieren übrigens wenn ihr morgen in einem englischen pörterbuch für bei dem vorwort underperformed sucht da steht Sigi Lentes übrigens Mercedes AMG Imular 2021 ich dachte ich steht da da drin mit einem Bild und das sieht ungefähr so aus warte oder wenn das in kein Bestop kommt dann ist der dann gehört da gibt es das beschnitten ich muss noch kurz ein Bild machen ja mach doch bitte hallo viel oh hallo übrigens fahre ich in meiner vorletzten oder letzten runde die schnellste runde ich brauche ich brauche wenn man die zeit überschreitet dann bekommt ich mich gerade seelisch und mental vor seelisch und moralisch wollte ich das sagen ich nehme das auch voll mit Tumor alles gut bei solchen Späßen bin ich auch dabei also alles gut also Schluss jetzt mit den Spielereien wir fahren jetzt mal richtig er labert seit drei runden ich weiß nicht jetzt müssen wir auch mal jetzt geht das jetzt äh ja ne ich wollte gerade fragen wir machen heute mal kurz n 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 So jetzt, los geht's! Mach das Zelt da grün! Ja, so ist gut! Was meinst, was die anderen beiden konnten, wenn die jetzt sehen, dass ich jetzt die schnellste Runde fahre? Deine schnellste Runde fahre ich jetzt meine Outlap-Kapper. Also da würde ich als Team-Mate aber richtig reinkotzen, wenn mein Team-Mate jetzt das machen würde. Da würde ich aber richtig reinkotzen. Und die Bauer noch die ganze Zeit scheiße erzählen. Ich würde kotzen jetzt! Jetzt unser Boxenfunk war ein bisschen gestört, hast du irgendwas gesagt? Ne, gar nichts! Okay, da war's ne Einbildung, Entschuldige! Teammates hassen diesen Trick! Nein! Ich bin in der letzten Kurve, ich hasse diese letzte Kurve, die ist ein richtiger... Nee! Fuck! Und es war so schnell! Ich kann noch zwei Runden fahren, oder? Ja, ich hab noch zwei Runden Zeit. Die nächste ist dein Ende. Weiß die jetzt hier, oder die danach? Die nächste! Schreibe nicht an, Mann! Du schreist doch hier! Ich fahr grad ne schnelle Runde! Jetzt nicht mehr, wegen dir! Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Ja! Ja! Es geht nicht mehr los! Oh, los! Ich kann danach noch eine fahren! Die wird grün jetzt! Ja, Mann! Ruhe! Ich fahr ne schnelle Runde! Oh, fuck my life, die will! Ja! Gib mir ne grüne, Alter! Was? Oh, gib mir ne grüne! Yes, 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 yes! Nein! Oh, ich hasse diese letzte Scheißsektor, der ist so kacke! Okay, hintenrum! Hier regeln wir das! Nee, Mann! Also, Box the Slap! Ja, mehr geht auch nicht, denn ist Fuel, alle! Ja! Warte, also! Den will ich jetzt nicht rufen! Das, meine Damen und Herren, ist übrigens eine falsche Teamentscheidung! Ich hätte nicht mehr fahren sollen! Ist viel zu knapp! Viel zu knapp! Bist du jetzt da, Vincent? Du wirst mir nicht mehr los! Du wirst mir nicht mehr los! Also, dein Reifendruck ist eingestellt! Dein Sprit ist drinnen! Du wirst ausgewählt! Schäden hat das Auto nicht! Ausnahmsweise mal! Ich habe einen Schaden! Ja, das ist, äh... Also, ne, du hast nicht einen Schaden, aber einen Luftreiniger, glaube ich! Gehen hat er, ja! Den hat er! Den hat er! Das hast du! Was denn? Ich glaube, der geht noch! Der geht noch! Der geht noch! Der war bei irgendwo eine 50, der geht noch! Ich habe, glaube ich, eine 80 gewählt! Der geht noch! Glaub mir! Vertraue mir ein bisschen! Nur ein bisschen! Ich muss es nicht machen! Sonst was ich... Huch! Du hast schon gesagt, sonst rastest du aus! Nee! Verstehe ich gar nicht! Die Zündung ist angerührt! Hm! Das waren, glaube ich, leider 77? Na, alles gut, Chat! Alles gut! Nix passiert! Ah! Uh! 5! 4! 3! 2! 1! Und go! Nö! Warum, ich drückt, Katz! Hallo! Du weißt, du weißt, kein Katz! Ich habe einen! Ah ja, stimmt! Einen hast du! Please! Oh! Das hat gereicht! Yes! Okay, tschüss! Viel Spaß! Das war aber eine Zirille! Ey, da war das auch wieder das Bequemen los wieder, ey! So! Hallo! Easy! Moinchen, na? Achso, ich muss dich noch einfügen, oder? Der Götz! So, jetzt so! Äh, jetzt höre ich dich! Ja! Oh, Mann ey! Du hast es genau in dieselbe Kerbe wie Vincent reingehaut, zwei Minuten später! Das hat mich so abgelenkt, ne? Ich habe das nicht mitbekommen, sorry! Alles gut! Also, ich wusste das echt nicht! Ich war, also, ich war wirklich richtig schnell, und dann kommt Vincent, geil, verweitert! Und ich so, dein Witz, Alter, und die Fresse! Und dann sag ich, sei bitte ruhig, Vincent! Und du, zwei Minuten später! Also, eine Runde danach! Das sieht gut aus! Mach weiter! So, ich so, ne? Warum? Warum? Ich war grad an der Tür, was ist denn da wohl, wahrscheinlich? Ja, ja, alles gut! Das ist echt wild! Also, im Spectator-Modus eben war es zu 380 gewesen. Bei der Pitlane. Das war ganz komisch eben wieder. Ne, hat gereicht! Hab ich doch gesehen! Sehr gut! Danke an euch alle! Für euren Support und eure Unterstützung! Oh! Ey, ich kann ja alles machen, ne? Aber das kann sich noch entsinne, an das erste Rennen in Bathurst war genau dasselbe damals! Das läuft gut! Das läuft gut! Danach nur noch Scheiße! Ey, das ist das einzige, was ich überhaupt nicht abkann, wenn ich beim Fahren einer lobe! Oh, der kriegt die Krise, Brudi! Aber ist egal! Ich glaub, 43er Zeit waren trotzdem fertig! Ja, war okay! War okay! So ein bisschen herbe Stimmung kurz gehabt hier, aber mittlerweile alles so weg! Wieso herbe? Ah ja, weil wir, sag ich mal, so ein bisschen geknickt waren kurzzeitig! Und wir haben erst gedacht, fünf Sekunden schaden, dann haben wir uns jetzt gefreut! Und auf einmal dann, ah scheiße, 30 Sekunden in der Chat geschrieben! Dann waren wir erst mal so ein bisschen, ah scheiße! Ja gut, das war eigentlich nicht das Problem, weil wir fahren jetzt in Undercut, wir müssen kein Splash & Dash machen! Den haben wir jetzt halt früher gemacht! Also im Grunde genommen ist es nicht verkehrt gewesen! Naja, kurze Mama hat die 30 Sekunden oben drauf gekommen, ne? Das ist das absolut richtig, aber das kann ich jetzt leider nicht ändern! Nö! Wie gesagt, alles gut! Wir sind ja beide da jetzt! Alles wieder gut! Das war einfach komplett ungünstiges Timing! Das war halt wirklich so 42, 4, 42, 5! Das läuft echt super! Und danach 43, 8! Und dann wieder so 42, 9, 42! Tissy, das läuft echt spitze! Und dann wieder beim Auto weg! Scheiße ey! Ich muss mir, darf mir das sowas nicht zu hetzen nehmen! Das ist echt hoch! Das ist halt das, was mich wohnt, als anders wäre! So! Bleibst du kurz noch hier, zentrisch! Okay, dann würde ich kurz schmökern gehen, bin gleich wieder da! Juhu! Ich bin gleich für euch da! Moment! Bump! Ja! Gabs! Leicht quescht, leicht eingeschlagen! Bisschen Schaden! Mussten reparieren! Und dann noch eine Durchfahrtstrafe gehabt! Also mal gucken, was das noch geht! Ja, ja! Würde ich nicht schon machen jetzt! Entweder vor dem Rennen oder nach dem Rennen! Äh! Wir waren P1, P2! Wobei, wir waren... Wir waren noch P1, oder? Ja! Also bevor ich schon in die Box bin, waren wir noch kurz P1! Wir waren den ganzen Tag hinter uns! P2! Und ja, jetzt halt P6! Aber mein Gott! Hätte schwimmer kommen können! Ohne Witz! Und doch mal Auf Demoniment! Und Nasens! Gut. Wind kann eigentlich tatsächlich dem Huhgel geben hier zum Beispiel schon Wavani schon! Mal gucken bei ihm! Was gehtι! Ah nein war keine Warning Köker! Aber er hat halt jetzt den Fly-Raum, sag ich mal, dass er keine Strafe nach einem Akaten hat. Also jetzt den gesamten Totenstint die ganze Zeit, sag ich mal, die Angst, dass ich da eine Strafe reinfahre. Deswegen habe ich es mal ein bisschen langsamer angegangen. Ich bin auch keine Fall aus dem Link-Apex ein, Leute. Danke. Ja, P4 ist schon echt weit weg. Aber die müssten, glaube ich, noch mal treffen können, das da. Gucken wir grad mal. Nee, P4 war schon in der Box. Was aber noch stoppen muss, P2 und P3 muss auch noch boxen, also pitten. Ja, schön wäre es gewesen auf P1 natürlich, aber ja. Nein, Gott. Gibt's schlimmeres. Eins war schon an der Box. Obwohl, nee, Quatsch, jetzt laber ich da gerade, warte mal. Stimmt. Eins muss noch pitten. Drei muss noch pitten. Drei muss noch pitten. Und zwei muss noch pitten. Stimmt, ja. Eins, zwei und drei. Bis zum nächsten Mal. Oh, bisch. Oh, shit. P3 wird, glaube ich, nichts mehr. Wobei, war ein P3 extra der Kind da unten, oder? In der Box? Nee, hä? So, wieder da. Maybe. Der hat uns Rays schon überrundet, glaube ich. Wer denn? Rays. Der hat uns überrundet, ja. Ich gucke mir gerade die Pitstops an von den Leuten. Ja. Also, ich sage, P4 wäre noch drin, aber P3 ist, glaube ich, zu bei dir. Außer, die haben halt noch Fehler vorne irgendwo. Ich muss unbedingt den letzten Sektor üben. Der glaubt mir so viel Zeit. Er glaubt, ich könnte 42 Team fahren, Paul. Ich habe es heute irgendwie mit der Fikane die ganze Zeit gehabt, keine Ahnung. Ich auch. Da habe ich so viel Zeit liegen lassen. Die und die und die letzten beiden Kurven. Aber ich habe schon wieder eine Sekunde mehr als Trainings-Pace gehabt heute. Ich habe es heute nicht mehr als Trainings-Pace gehabt. ich muss ganz ehrlich zugeben ich fahre mittlerweile schneller mit quatschen als wurde ja ich kann das immer noch gar nicht absolut das wenn man bis jetzt ich habe nur leider gottes das auto einmal weggeschmissen und das weiß ich immer noch nicht wie das passiert ist aber das auto ist mir einmal hier in der schikane weg geflogen und dann habe ich leider 24 kunden schaden und dann sind wir da von p2 auf p6 gedroppt leider die sind beide vorne an der box p2 und p3 in der vierten schikane möchte schnell mal zu der hier jetzt da kommt ich weiß auch nicht also der letzte sektor klemmt noch also ich glaube ich könnte 42 tief bis 1 40 hoch vollfahren naja wenn wir könnten holen wenn wir in wiko schnell bleibt dann vier vielleicht noch naja sag ich ja gerade der ist noch immer an der box gerade ja der ist ziemlich schnell warum steht er so lange ah jetzt wird er wieder ok also 10-12 sekunden könnten das sein ja ich hab's halt nicht halten können die ganze zeit nicht aber die ganze zeit nicht so viel anders gab dass ich ein cutgang war ja den ja da reden wir nicht mehr das kam ja dann auch noch dazu ja da muss ich ganz kurz wollte ich ausrasten ich habe meine beste runden zeit die ich einmal gefahren mit einer 1 4 9 ja das kann ich bestätigen das kann ich selber jetzt dank der für die runde ja mit drei warnings übernehmen ist halt so ja wie gesagt ich hatte ja auch 2 direkt gehabt also den ich übernommen zum michel und dann der eine irgendwie ich bin die runde davor enger drüber gefahren über die über diese kuppe da ja über den körper aber irgendwie hat es nicht gezählt und jetzt da jetzt immer wo ich drüber gefahren habe ich ja wirklich gedacht ich werde minimal und drüber gefahren aber ja war dann morning frankie das ist vollkommen okay ich weiß dass ihr euch sorgt alles gut aber ich glaube aus dem auto rausnehmen ist muss nicht sein ich hätte früher mit euch anfangen wollen zu reden aber ich war mir nicht so sicher weil früher konnte ich das nicht aber heute werde ich dadurch schneller wenn ich mit meinem chat rede ja weil du vielleicht den kopf dann irgendwie frei kriegst weil ich wollte zwischendurch so laut schreien ich habe schon gemutet extra aber es ging dann doch nicht raus weil alle fetter auf und ich wollte dass meine nachbarn denken dass hier ein schwein geschnappelt wird das ärgert mich so sehr aber ich kann nicht mehr ändern mein gott habe wohin schon gesagt gibt es schon nur was ja na klar ach so ist er mit mp2 ja muss er mit 2 fahren wir schwitzen ja der hat einen verbrauch von warte 3,3 liter ja heute ja muss er das wachsen gleich mal was gibt's schönes eine pizza wenns du müsstest wirklich immer zwei schalten machen war ich gleich ich will mir den nach vorne und dann vielleicht egal wann ich die 20 minuten fahr habe ich die erz fahr oder zum schluss zum schluss mache ich dann sogar ein bisschen über cuttern mit ich wollte sie nur mitteilen ich wollte sie nur mitteilen ich muss jetzt machen was ja also wenn der götz wirklich alleine fährt dann wirklich holst du ihn das weg in was waren sie also acht stunden da wird der arsch danach so wehtun da sind deine beine sind komplett im arsch und die kannst du amputieren ja ja kennt mir der fahrer läuft fit vor da aber kann das sein dass die sich zuhause irgendwie abwechseln jetzt nur wo kriegen war da auch alleine auf dem auto und er war auch sehr weit vorne race day leg day da kannst du aber einen drauf lassen ich habe so geschwitzt eben da bin ich leider quer das stimmt rumpel ja das macht eigentlich egal ob ich jetzt volle stunden fahr oder nicht mit dem box dort mache ich ja dort sind die zeit gut ich kann noch mehr beinsatz durchfahren oder nicht ich kann es nicht weil 65 den zeit ist das muss ich sagen er hat 65 die uns die zeit der hat nicht kannst du nicht ich habe eine stunde wie willst du eine stunde schaffen mit 3,3 liter so bin ich doch immer gefahren mit zwei so mit 1 bin ich immer durchgefahren es wird aber zu knapp am ende raus fahren sie minuten ich bin kurz mal meine sachen weg bringen heute moment da kannst du so viel zeit jetzt habe ich verstanden was du meinst warte ich rechne mal kurz gegen uns naja bitte da werde ich nicht mit zwei fahren und das ist mir die chance da jetzt richtig Map Map 1 da musst du aber bei ungefähr 55 minuten reinfahren spätestens da musst du aber bei ungefähr 55 minuten reinfahren spätestens das war aber auch nicht nett von mir da habe ich mich wirklich da war ich ein Arsch ähm chat ja da läuft seit 80 minuten erst aber wenn ihr mal oben schaut wir haben jetzt noch 32 minuten in der angefangenen stunde gerade ja das bedeutet wir müssen so oder so noch mal pitten das heißt wir können jetzt auch einfach die 32 minuten die da oben noch stehen voll durchfahren auf 1 gucken so weit die noch fahren können und machen dann den pitstop einfach für den restlichen sag ich mal stin wir brauchen uns jetzt nicht sag ich mal auf sparflamme da ausfahren weil am ende dann eh nur noch irgendwie 30 minuten aufsteigen würden ja nicht ganz aber ihr wisst was ich meine bedeutet ergo er kann halt Map 1 durchbattern also das mit dem so weit hat das habe ich mich nicht so weit das ist wirklich schwierig und dann wir das haben wir wir Lass mich mal gucken. Ich sag mal eine halbe Runde. Eine halbe Runde sind die Phones. Eine halbe Runde sind die Phones. Ah, P4 macht jetzt wieder richtig Druck, die fahren 42,4er, die fahren sehr schnell jetzt wieder. Hm, muss auch mal schauen, ob man da rauskommt. Genau, die fangen jetzt gerade wieder auf Start im Ziel hoch. So, 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 so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ecb moin es ist unglaublich was kostet spaß 15 zwei lenkräder und wheelbase 15 alles tippitoppi in schuss schade dass hier keine strafe blaue flagge geht wieso der bete der ferrari der blockiert doch nicht also da ist eine strafe nicht notwendig also absolut gar nicht notwendig der fährt ja genauso die pace wie winz und augen ja jetzt hat er einmal ein bisschen blockiert aber ist ja nicht weiter wild das ist ein fehler simulierer das ist ein zuschauer bug ich sag mal leute vielen dank übrigens für die ganzen verlos ich habe keine ahnung wo ihr alle herkommt aber moin schön dass ihr einschaltet ich bin schon termin verhorts haben noch nicht ganz also ich hab's nicht vergessen leute ich sag ich hab's wirklich nicht vergessen normalerweise hätte ich das gleich müsst machen müssen aber ich bin ganz ehrlich mit euch ich habe nicht damit gerechnet dass wir in irgendwie dieser nahen zukunft 2008 waren da bin ich ganz ehrlich war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet hätte ich das ich hab's auch eigentlich nur aus jux und dallerei gesagt weil ich mir bewusst war eigentlich dass wir das nicht schaffen okay also ist es nicht vom tisch ich kümmere mich gerade darum dass das alles vernünftig abläuft post konform ohne ärger und dann wird das veranstalten also es wird in der nahen zukunft passiert also wirklich sehr sehr nahe zukunft hat ja keiner damit rechnen dass ihr so verrückt seid morgen morgen fahren wir erstmal den tona kurz kommt sie gehen raus an den ferrari vor uns von den jungs von peter sim racing die gerade zurückrunden ja das war aber nicht mehr ein paar weiter ach so leute der tona ja wir fahren morgen in a cd tona ist das wird schön mit bau die zweimal 25 minuten so mir kann man später bremsen aber ich krieg die linie noch nicht so hin was passiert in den letzten stunden war leider weg nichts besonderes ich bin gefahren das passiert na heute heute passt das sehr gut heute passt sehr gut in den letzten wie wir rennen keinen einzigen bock gemacht obwohl doch in dem 24 auf spar habe ich den einen verkackt dass mir Spit mist ità f f f f f f Wie könnt ihr immer so viel Spritz fahren? Na, indem wir nicht so fahren wie du. Ich hatte vorhin 3,43 Liter gehabt kurzzeitig. Ich hab ja noch weniger als wir. Ja, ja, aber sind das auch gerade 3,27. Ja wahrscheinlich, weil du fährst die Gänge halt immer bis zum Get-No. Also du bist im Begrenzer. Ja, das kann halt der Mercedes gut, ne? Wieso schaffen das die anderen vorne ohne DT nicht zu glauben? Kann ich dir sagen, weil die besser fahren. Fertig. Mit 7,77 wäre das nicht passiert. Ey ganz ehrlich Leute, ich sag so wie es ist. Keiner hat irgendwie Schuld. Das ist einfach nur ich und mein Kopf. Und da können wir witzige Ausreden für finden. Aber das geht komplett auf meine Kappe heute. die Präzierung. Pace war zwar da, aber ich hab einfach Scheiße gemacht heute. Zweimal. Oder einmal. Eclipse, ja. Sechster Gang kostet halt Zeit, ne? Wild. Wild. Aber jetzt mal ohne Scheiße, ne? Wenn wir nächstes mal üben, dann bringen wir, Vincent, bitte mal einfache Mathematik bei. Der 3 Runden für 4 Reifen ausrechnen ist halt so, äh... Also, und dann noch immer sein Notieren und so. Da müssen wir wirklich mal drüber reden. Ja. Also ein Reifendruck. Hinten, rechts, auch zu niedrig und vorne rechts. 27,0, 27,2. Oh, wo wir jetzt gerade da sind. Und wer ist denn heute zum allerersten Mal bei einem Enduriz-Rennen dabei? Fragezeichen. Haha. Bruxette drin, schön. Toll. Guck dir die ganzen Lübner an. Guck sie dir alle an, ey. Da stellt man ne ernstgeweite Frage und chat verarscht halt wieder. Na toll. Wie rechnet ihr den Drücker aus? Gar nicht. Wir fahren einfach die Drücke vor. Ach, chat. Wisst ihr was? Schön, dass ihr alle heute zum ersten Mal dabei seid. Toll. Freut mich. Super, mega, ne? Ja, krass, ey. Wie viele Leute, ey. Wuh. Wuh. Was ist mit Enduriz gemeint? Langstreckenrennen. Ich wirklich schaue sonst nur IRL Enduriz. Jet Deck, wie gefällts hier? Das ist Enduriz-Langstreckenrennen zu Deutsch. Acht Stunden ist eigentlich schon ein Sprintbrennen, finde ich auch. Ja, ist viel zu kurz. Mir fehlen die letzten vier Stunden. Ja, also, oder? Ja, ja. Mir fehlen die letzten vier Stunden. Ja, bei der Wärme bin ich ganz froh. Oh, sehr cool. Jetlag, nice. So lange finde ich die Strecke gar nicht. Ach, Jet. Ach, Jet. Den Spar fehlen noch ein paar Stunden. Die scheiß Strecke, hoffe ich, kommt dieses Jahr gar nicht mehr. Kann die nicht mehr sehen. Olle Missing. Hab ich auch keinen Bock kaufen. Ja, gut, wenn du mich jetzt weiter fragt, ob wir Zwölfer oder Vierundzwanziger da fahren, sag ich auch nicht mehr. Aber... Ja, wenn es das Charity-Ding ist, fahr ich auf jeden Fall noch mal mit, aber wenn jetzt in naher Zukunft da irgendwas kommen sollte, sag ich nicht. Da bin ich raus. Echt? Ja. Ne, also Spar hab ich echt keine Nutz, vor allem nicht bei der Wärme. Oh, da seh ich mich. Da geh ich aber sofort rein. Also Endurance-Rennen kann ich nicht ablehnen. Da seh ich mich. Wobei letzten Monat war schon ganz schön hart, muss ich sagen. Ja, hat geballert, ne? Hat richtig geballert, jo. Ich war so froh, dass ich danach am Wochenende frei hatte. Obwohl ich keinen frei hatte, weil ich hab dann erstmal schön die scheiß Küche gebaut, ey. Das war ja, glaub ich, warte mal, Endurance, Endurance, Rig bauen, nee. Endurance, Rig bauen, Rig bauen, Endurance, Endurance, Küche bauen. Das waren meine letzten sechs Wochenenden, glaub ich. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ich hab so die Scheiße voll, Alter, da muss ich ganz ehrlich sagen. Das glaub ich. Ich will einfach nur mal wieder ein, zwei Tage Ruhe haben und abscheißen, wie blöder. Morgen ist ein Rennen in den AC, genau. 2x25 Minuten, Daytona, beim Audi R8. Wie kam's darauf? Ich wurde eingeladen, ich hab mit dem Chef vom Virtual Racing Store, sag ich das jetzt richtig, ich glaub schon. Mit dem hab ich telefoniert hab, weil ich wissen wollte, wie der sein Kundenservice ist. Ja. Und, äh, dann hat er mich gefragt, ob ich da mal reinschnuppern möchte, weil da, also da wird's fix set-up gebaut und das ist mehr sowas für, ja ich sag mal, für die ältere Generation. Man muss da jetzt nicht so viel im Discord rumhüpfen und, äh, halt diesen ganzen Schabernack machen, den wir machen, sondern du, du hast da deinen eigenen, äh, seinen eigenen, sag ich mal, SimSing-Client, den lässt du einmal laufen, dann lädt er alles runter, dann ist für dich alles installiert, dann gehst du auf den Server, kannst du ein bisschen practice machen und dann kannst du damit fahren, sozusagen, musst du aber nicht großartig irgendwas organisieren und, äh, hat er mich gefragt, ob ich da mal mit reinschnuppern möchte und da hab ich gesagt, na klar, warum nicht, weil das ist sowas wie ein Testpilot, sozusagen, Ballon für, so ältere Herren und Damen, na ja, und dann, weil unsere Community ist ja auch so ein bisschen, vom Altersdurchschnitt her, höher, da hab ich mir gedacht, ich guck da mal rein. Und ich hatte auch Bock auf Daytona irgendwie. Obwohl ich scheiße auch nicht bin. Ja, so ein paar Strecken fehlen halt, ne, so ein ATC irgendwie so. Jaaaa. Wär schon ganz gut, wenn da noch ein paar kommen würden, denke ich mal. Jaaaa. Äh, Strucki, mal ein Dankeschön für die 27. Absatz zu P3. Zu weit weg. Ähm. Die Scheiße kannst du halt mal nicht einsehen. Zwölf Sekunden, kann das sein? Ne, mehr, würd ich sagen. Mehr. Muss mehr sein, ja. Das ist immer noch fast ne halbe Runde. Ja. Ich sag einfach zwei Viertel, Papa. Ey, du willst ja, äh, ich mach hier gar nichts heute, ich bin kein Renningenieur. Das machst du. Ähm, Sint ist noch relativ weit weg, also brauchst du ne keine Hoffnung, was wir machen. Aber fahr mal weiter, vielleicht spürst du noch was. Ja, ich sehe, dass er P4-Dirikten seitdem ist. Und P4 war nach Lab-End, also nach Stint-Ausfahrt, also meinem Start nicht so weit weg, also. Ja. Ja. Warte. 35 Sekunden, wenn ich das Delta richtig rechne. Ja, kommt hin. Also kommt hin. Ja, kommt hin. Ja, kommt hin. Ja, okay, mehr. Meine Reifen sind down. Du musst ja eh bald bleiben. Ja, 17 Minuten hätte er noch. Äh, in-lab, Muckgefuck. In-lab. Zwinker-Smiley. Der Zwinker-Smiley. Der Zwinker-Smiley. Oder diesen Zwinker-Smiley mit Zunge. P4 fährt aktuell in der 1,42, deshalb ist er so schnell. Ja, ich weiß. 1,42, 0 einfach. Das ist so krass. Ja, sind gute Fahrer dabei. Aber ich weiß, dass sich er P4 nicht erinnern kann. Es geht darum, wie ich den Abstand zopp, ich den zu P3 halt realistisch zu fahren kann. Äh, Sorge, danke, dass du Luca 1 zugesteckt hast und Sandra, Dankeschön, dass du den Nordschleifer 1 zugesteckt hast. Die freut sich bestimmt. Ohne diese kleinen Fehler würdest du aufholen, ja. Hast du ihn gerade getestet? Nö. Wenn er die Fehler nicht macht, holt er auf, so wollte ich es nicht sagen. War jetzt nicht böse gemeint oder so. Falls er so rüberkommt. Ja, einer. Hauptsache kein Lob. Boah, Alexandra, bitte schreib dir das auf den Zettel, Alter. Ich habe es mir gemerkt jetzt, ja. Lob mich bitte nie wieder, nie, nie, nie wieder. Wie gesagt, das war da gerade an der Tür wahrscheinlich. Alles klar, alles gut, Mann. Du kannst ja nichts dafür tun. Aber nie wieder, ey. Dann sag lieber, du bist ein hesslicher Vogel und kannst nicht schnell fahren, so. Das motiviert mich dann noch. Schau mal eins, zwei Witze davon, die ist tricky beim Hausfahren. Äh, ich fahr schon, Muckefuck. Vielleicht fahren wir gleich noch eine Runde, mal gucken. Also nach dem Dings hier. So fünf, zehn Minuten oder so. Aber eigentlich, nee. Ich glaub, das machen wir morgen im Stream. Ich glaub, das machen wir morgen im Stream. Ich glaub, das machen wir morgen. Also um 14 Uhr geht die Trainingsserver an. Äh, 15 Uhr ist Qualifying, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Und dann, äh... Ja, sowas in dem Dreh muss ja sein. Muss eh mal gucken, dass ich noch ne bessere Rundezeiten krieg. Mein jetzt nicht so gut. Ich war 1,52. Müssen langsam. Gibt der uns nen Cliffhanger? Ja. Ja, ich geb dir nen Cliffhanger. Hm, hm. Von Max ist jetzt P4? Ja. Und dann fährt er eine 1,446. Und das überholmanöver war vielleicht von dem anderen? Ne, ne, ist schon die zweite, dritte Runde. Ja. 1,45, 2 sogar jetzt, okay. Ja, gut, das ist halt das erste Mal für Max. Ja, klar, klar. Und dafür, also dafür ist das schon gut, also... Gut ab, aber bis jetzt auch ohne Fehler, soweit ich jetzt so, glaube ich, nicht Cliffhanger da vorne. Ja. Ähm, Vince, aktuell 1,44, 1,45, äh, unser Schwesterklima. Also du holst stark auf. Okay. Sind auch mittlerweile P4. Mittlerweile P4. Okay. Geh mir bitte in 5er, also je nachdem, 25 Sekunden, 20 Sekunden, solche Abstände durch, dass ich aufhole. Damit ich weiß, dass ich da ein bisschen was hab, womit ich mich halt... ...halten kann. Ja, den Abstand habe ich halt nicht so genau, aber ich guck mal, dass ich was gehen würde. Und in diesem Sinne sag ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace to me. Erstes Mal dabei gewesen heute und es war nicht das letzte Mal. Ben Ochs, Dankeschön für den zweiten Monat, das freut mich her. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Vielen Dank, dass ihr, äh, euch die Zeit nehmt und mit uns das hier wieder, äh, anschaut. Obwohl draußen megageiles Wetter ist, hier rausgehen könntet, habt ihr euch dazu entschlossen, das mit uns zu gucken. Das finde ich, äh, nicht löblich, das finde ich schön, dass ihr mich, oder, ne, dass ihr uns vor, äh, die Sonne geschoben habt. Aber das habt ihr auch nur gemacht, weil wir so dick sind. Ah, das war gerade 30 minuten Joggen gewesen. geht kreislauf noch da wird spf im delta sag mal zentren wir haben ja so ein fahrzeugpool von fefe und audi die fefe und mercedes ja ja wollen wir vielleicht irgendwann noch mal den wendel dazu packen können wir mal probieren das wollte ich hören klingt über schöne als ich werde wirklich leute ich werde sprint rennfahrer ich sag's euch ich werde einfach springt rennfahrer ich werde in diesem team nur diskriminiert ich werde nur geht es die ganze zeit das funktioniert ich glaube leute nächste woche machen wir uns nächste woche bei 11 an weil ich glaube wir haben nächstes wochenende weiß ich nicht genau ich kenne meinen rennkalender ehrlich gesagt nicht weil wie ich vorhin schon gesagt habe ich seit fünf wochen hätten keine luft geholt ich glaube nächstes wochenende ist kein rennen wenn wir mal die woche über so ein bisschen 11 m fahren abbenus vergleiche machen die auch 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 sollte. Irgendwas wichtiges, was man sich im Nachhinein mal angucken soll. Alles. Alles? Alles. Ich brauch den Sprit dann umgerechnet. Wenn ich in vier Runden oder drei reinfahre. Ja, 120 Liter. Die Reifenbrücke würde ich wie vorher lassen, dass sie wärmer geworden ist. Wann fährt er denn jetzt rein? Hat er was gesagt? In vier Runden. Hat noch null Minuten auf der Uhr. Ich geb's ihm mal gleich auf der Karte und einfach durch. Ja, alles. Ich glaub' ich. Weiß man, was das Review ist? Es gibt Gameplay zu sehen von Battlefield. Äh, ja klar Reisigteam. Hau rein. Und? Ich geb's dir gleich durch auf der Garten, ja? Die drücke. Was ist E3? Äh, Omasandra E3 ist ne Messe. Ne Gaming-Messe. Und, äh, da geht's, äh, da werden halt Spiele vorgestellt, die so rauskommen. LFM ist Lofrio in Motorsports. Da kann man sich, äh, für Rennen anmelden und dann, äh, kannst du am Tag, glaub' ich, drei oder vier, vier Stück fahren. Spritrennen, 45 Minuten. So, Vince, du hast vorne links, 26,8. Ja. Vorne rechts, 26,2. Ja. Hinten links, 26,7. Ja. Ja, und 26,4. Okay. Sprit krieg' ich noch. Mach' ich dir gleich fertig. Na, ist klar. Sag' mal, Leute, steht im Rennkalender für nächstes Wochenende im Rennen drinne? Weißt du das grad zu welch jemand? Sprit müsstest du in etwa 110 Liter mitnehmen. Nee. Okay. Nächstes Wochenende frei. Okay, alles klar. Also nicht frei, frei, aber frei. Und kein Training die Woche. Nix, wir treibt sicher. Wir trainieren nicht. Ja, so. Ich guck' noch mal. Du hast ja noch zu sieben Minuten da so Zeit knapp. Das 40. August ist das nächste? Nee, Kialami. Nee, die Minuten fahr' ich nicht, weil ich ja nur noch zwei Runden hab'. Nee, im Juli sind noch drei Stück Leute. Ich stehe da noch nicht. Nächste ist meine Endlap. Ich stehe da noch nicht. Nächste ist meine Endlap. Nächste ist meine Endlap. Also wir fahren nächsten Monat noch mal Kialami. Äh, Silverstone. Und irgendwas war noch. Also wir fahren nächsten Monat äh, noch drei, drei weitere Rennen. Endurance Rennen. Na, 114, 115, dann bist du auf der richteren Seite. Dann hast du auf jeden Fall, auf jeden Fall für eine Runde extra noch sogar mit Kankern drin. Nee, diesen Monat ist keins mehr Pico. Außer irgendwie kommt spontan noch irgendwo eine platzierte Einladung rein. Oh, schönerweise Bandling. Das ist P4 vor uns, ja. Ach so, lol. Das ist aber gar nichts. Das ist Kampf doch mit dir ist Kampf. Ja, aber ich habe ja, ich fahre in die Box, der juckt mich ja nicht. Ja, ja, ok. Ja. Ach so, ey. Das ist doch schon not dann zu fighten. Weil der muss ja nicht mehr in die Box. Na ne, auch schon Splash. Mann, da warst du schon wieder gehypt, du, und dann... Na ne, da musst du mich jetzt mal nehmen, der blockt. Das kostet alles Zeit. Ich glaube, Bandling können wir nächste Woche auch mal ballern schön. Entweder Bandling oder Porsche Woche oder beides. Hier bei den Brent Satchler Rennen letztens, wo ich den Bandling mal gefahren bin, da habe ich hinten rechts und vorne rechts die ganze Zeit alle zwei, drei Runden Pressure lost gehabt. Echt? Ich weiß nicht, wie ich da gefahren oder was ich gemacht habe, aber als habe ich Druck verloren. Am Ende hatte ich dann irgendwas mit 25,7 oder so gehabt. Oh. Ganz komisch. Guck mal die Weichflöte. Der traut sich nicht mal richtig ran zu ballern an die Linie. Da vorhin, das war echt auf einen Millimeter. Ach, Quatsch. Das war doch nicht knapp, Zentri. Hör auf. Okay, ne, da war noch Platz, ne? Easy. 50 Meter oder so. Na, Siggi. Danke, Knatter. Bin ich jetzt, ich bin gerutscht, Scheiße. Hey, Kiddie. Ah, fuck. Wie kann man bei 50 kmh rutschen? Wie ihr euch immer darüber raufregt, dass ihr nicht genau in der Boxgasse steht. Wegen einem Hundertsten. Das ist die halbe Sekunde oder eine Sekunde, dass er da ist. Ja. Als ob, ey. Wollte Michel nicht eigentlich nochmal wiederkommen? Ja, hab ich eigentlich auch so damals, vorhin so verstanden, ne? Oh, lol. Achso, okay. Oh, lol. Achso, okay. Jetzt kommt's drauf an. Also Sprit muss dicke reichen jetzt. Mhm. Mhm. Ne, gut, ich flieh da mehr oder weniger, ehrlich. Michels Schuhe kommentieren die ganze Zeit. Ich, äh, hab Michel seinen Chat leider nicht auf. Ich hab keinen Monitor frei mehr, wo er es hin kann. Sind jetzt vor uns alle Boxenstoppereien nicht? Ähm. Warte, ich guck. Ne, warte, ich guck. Max noch nicht. Und P2 noch nicht. Ne, alle nicht. Und P1 noch nicht. Alle nicht? Ja, alle nicht. 1, 2 und 3 noch nicht. P4 war eben. P4 war eben. P4 war eben. Die müssen vor, vor uns müssen alle noch rein. Nee, P4 war an der Box. Ähm, warte. Die 14, die war an der Box, das P4. Warte, hab ich gleich? Die 14 war drin, ja. Alle anderen müssen noch rein. Uh, genau. Geil. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Ja, die Bentley Boys vorne, die fahren schon ganz schön. Die fahren schon ziemlich krasse Zeiten. Also die vorne sind wie ein Uhrwerk. Das ist schon krass. Mhm. Auch der ist denn da vorne? Ja, der ist auch mit dabei. Echt zügig unterwegs. Oh, Knarzer. Knarzer, vielen Dank für 500 Bits, Maga. Vielen Dank. Ey, wir waren gerade in der Box und wir durch, ja. Und jetzt die letzten 47 Minuten, ne? Flieg, kleiner Winz. Flieg. Weißt du, mit Sascha fährt er nicht? Äh, Sascha war eine Woche im Urlaub. Äh, da, ne. Also das Team, was hier für uns angemeldet ist, ist schon seit zwei Monaten angemeldet. Wie sehr hast du deine Community bei so einem Bitshout? Ich hasse meine Community gar nicht. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace. Da war ja noch was, die Zählung. Ich hasse meine Community gar nicht. Eici ist richtig krass, ja. Das stimmt, sagt man nicht. Hartfisch, danke schön, auch an dich für 48. Ey, ich schreck mich jedes Mal, das ist doch schön. Ich nicht. Ich muss generell meine Sounds mal overhaulen, Leute. Ich muss auch mal... Ich glaub, wir haben jetzt auch animierte Emotes in so einem Käse. Aua. Bäh. Okay, der Schubidubi kommt weg. Das ist aber ein bisschen normal. Eigentlich mag ich alle Sounds. Also... Oha. Wild. Peter Lucy, Moinsen. Was hat er mit seinen Drücken angestellt? Ich weiß es nicht. 28 ist hier vorne. Du hast die im Seining, die im... Ja, ja, die unteren, die da drüben stehen. Bis Gott. Keine Ahnung, vielleicht hat er ein bisschen überfahren. Ja, da... Glaub ich jetzt weniger. Oh, die beiden Dings hat er ganz schön geschoben, die beiden Schikanen. Aber so viel dann, nee. Weiß nicht. Ja, die Drücke haben was mit Zeit und Wohlzeit zu tun. Das sind 29 Grad. Ich weiß nicht, bei was er die vorhin, äh, gemacht hat. Er hat's leider nicht mit dazu geschrieben. Also... Keine Ahnung. Wer ist jetzt durch? Da haben wir sie durch, ja. Also kann sein, dass es wärmer geworden ist und deswegen hat er... Ja, das passiert mit den Mütteln. Da ist er schon wieder an uns vorbei, der 1. Holi Shit. 4... Bei 24 ist er gestartet? Ja. Jetzt sind wir bei 29. Also... Na gut. Ja. Aber eben hat er 27.0 hinten gehabt und 27.2. Und jetzt? Ich weiß jetzt, warum auch der Magger abgeflogen ist. Ach, 24. Also fast 1 PSI mehr. Ja gut, das Wetter kann schon, kann schon sein, ne? Also... Ja, aber 1 PSI innerhalb von 5 Minuten? Ich mein, klar, er kommt vielleicht noch mit 0,2, 0,3 oben drauf mit vollem Tank oder so, aber... Ja, ja, aber ich sag ja, der 2 Runden ist er ganz schön geschoben über die Vorderachse. Also, äh, 2 Schikanen mein ich. Also, kann schon sein, mit nem vollem Pot. Mhm. Aber so... Na gut, so viel... Ich hab's grad nicht im Blick. Das ist jetzt grade mit nem verliebten Blick... Im... Im Brick. Knarzer, dankeschön, nochmal an dich. Nochmal 500 Magger. Vielen Dank für tausend für die Spinnis. ... Ich mag den Sub-Sound auch, knock-knock-knock. Den finde ich auch gut. Den fühle ich auch sehr. So, heute sage ich mit den Reifen drücken, wo ich gerade echt verkackt. Deswegen macht man das als Fahrer auch nicht, außer man heißt Michel. Das hoffe ich mir auch sehr, dass das in AC2 eingeführt wird, dass die Boxing-Crew was machen können. Bin ich hier richtig im Stream, wo Leute sich aufregen, dass sich andere darüber aufregen, dass Sitze sagt, man soll sich nicht aufregen, wenn der Fahrer sich aufregen. Ja, genau da bist du. Schau mal, knallt es ja, noch mal 500 Pitti-Schmidis? 1500 Apparatis, Junge. Und alle mit links hierbei, bist du, was ist da los? Willst du nicht auf die Straße fahren? Ja, das ist da los. infected G marketers Ja, ja, wir sinden hier in der Flosa das weiß ich nicht kriegst ob das wirklich was bringt dass der druck runter geht was denn durch sand fahren also ja klar geht ja runter weil der wagen hat langsamer ist aber ich glaube er ist einfach unkonzentriert ich kenne leider auch nicht alle teilnehmer max an der pit wir könnten halt noch weiter vorkommen also ich muss ja noch gefahr von hinten gerade und hier sechs er macht das glaube ich wirklich um den reifen ruf zu trinken doch doch er macht das bringt ihm nichts das hat schon system also zumindest sieht so aus also entweder nimmt er uns gerade komplett haupt er soll mit diesen neuen reifen drücken ist es halt echt nicht witzig das tut mir echt leid dass ich jetzt so ein scheiß zusammenfahre naja knazer dankeschön noch mal für 500 bit knazer knazer hat er es nicht gemacht für euren support und eure unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg tschüss aus peace sog 3 gute tati rations da ist sobald das health gegen 577 gefragt im racing-team oberwiese hallo und dankeschön dass uns ab verschränkt hat vielen dank die die reifendrücke sie die temperatur ist halt anders gerade also wenn wir sind wirklich bei 24 er hat draufgepackt 100 prozentig drauf gepackt kann er doch gar nicht doch so er selber meinst ja ja ich habe immer durchgegeben und hundertprozentig noch etwas draufgepackt auf die drücke aber wenn er jetzt wirklich bei 24 gestartet ist jetzt in 29 sind halt fünf grad mehr war schon unterschiedler scheiße habe ich übrigens auch gemacht ich bin mit 28 1 und 2 gefahren aber das ging eigentlich wenn man der boxen kuh nicht vertraut also was schätze hat jemand hatte 0,1 nur einmal drauf gemacht hat dann kriegt halt das wetter wirklich rein aber da kann ja wieder keiner was dafür ja aber er hatte ja vorhanden 27 2 gehabt ja aber am ende seines stints hat er 27 2 gehabt ja da war der tank auch leer ja aber das macht ja keinen ganzen psi aus das macht vielleicht 5,2 oder so aus und wenn er jetzt ein kilo eis gegessen hat in der boxen gasse über der list hat ja auch noch schwerere autos aber war ja ja vielleicht ja das kommt ja noch dazu vielleicht über fährt er das auto noch wer weiß viele faktoren ja ich sitze hinten im kofferraum drin ja ich sitze hinten im kofferraum drin ah 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 das ist schon ein bocker beim stopp ja ah er könnte noch auf max aufholen wenn er jetzt nicht wirklich anstrengend in die zeiten fährt max das jetzt in der ersten kurse ungefähr ja ach ja ah 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 uns auf max sage ich nur ja weiter dran ich hab's nicht gewollt gerade auch so das ist ein rennen gegen die zeit das ist ein rennen gegen die zeit acht stunden rennen man fährt gegen die zeit könnte man meinen könnte man beide der max fährt 43 5 also fährt er fast eine halbe sekunde schneller pro runde habe schon eine sekunde würde ich was sagen ne also vincent muss man heute sagen heute beschwert er sich nicht wegen reifendrücke sonst beckert er viel also was heißt meckert aber sonst beschwert er sich das ein oder andere war heute eiskalt jeder durch ohne wenn und aber nein wie funktioniert sein ich bin punkt dass ihr euch nur manchmal hört wie vorhin alle gehört haben dass sie aber nicht das wunderwerk der technik und ganz viel geld hat das möglich gemacht also wir sind im discord für den boxenfunk im teamspeak sind wir für den stream wenn ich streame mute ich discord ne mute ich teamspeak für mich aber für euch nicht das heißt ich höre die jungs nicht reden aber ihr hört sie reden also hast du quasi sag ich mal teamspeak und discord auf zwei verschiedene sound kanäle laufen oder ja plus ich habe noch alles andere noch mal anders als der stream ok also ich gehe in meinen pc gehe ich mit zwei kabeln rein ein kabel schickt euch den ganzen sound den ich höre also quasi mich selber musik und das game und dann schicke ich extra noch mal für euch den teamspeak über ein zweites kabel in den stream pc was ich aber nicht höher ausrufezeichen setup leute da ist ein schaltplan dritte habe ich schon mal angefertigt ich habe einen drop bekommen bei dir was was für drop genau im chat steht was ein verdient ja geil hol doch mal ab was hast du gekriegt einen haupt scheiße oder was ach leu ne das ist von den i30 ok alles klar zimmerleutsch denke ich grüß dich moin ja bis qualität wollte er auch haben beim zugucken also gewissen grundstandard habe ja schon wer das wäre ja scheiß wenn ich anderthalb schon nicht mit euch reden würde wäre ja kacke oder zu ok ok schade schade warte weiter hinter dir einmal passieren lassen das war jetzt aber wild aus jungen ich habe gedacht der will gleich losfliegen hier so flappy bird mäßig naja war es heute einfach nicht unser rennen heute haben wir es selber verkackt heute hat uns nicht mal einer ausgeschoben heute haben wir es selber rein gekackt naja nicht aber es sind noch 27 20 minuten da ist nur alles dritte das wissen wir alle ist noch da ich bin noch cool dann bin ich jetzt kurz ich glaube ich glaube ich Ah doch, hier vorne, glaube ich, in der ersten Kurve einmal kurz über den Kies. Ah doch, hier vorne, glaube ich. Ah doch, hier vorne. Ah doch, hier vorne, glaube ich. Ah doch, hier vorne. Ah doch, hier vorne. Nö, habe ich noch nicht. Ey, das ist... Mann, ich will doch nur einen Platz holen. Nein. Nein, da hinten ist die Mochkurve. Ich stelle gerade, scheiß Dreck. Nein, da hinten ist die Mochkurve. Nein, da hinten ist die Mochkurve. Ja, 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 da hinten ist die Mochkurve. Boah, Chat, wie hießen nochmal diese Eier, wenn ich da gerade Schoko-Drops lese, diese von Kinder? Schoko-Bongs, genau, der Hälscher Lust drauf geht's nicht, na so in etwa. Die Weisen hab ich noch gar nicht vergessen, gibt's die überhaupt noch? So wie er da? Bibi? Entschuldigung, ich hab gerade noch mit meiner Vermieterin gesprochen. Alles gut. Wie sieht's denn aus? Ja. Auf P5, 5 Sekunden, kann das sein? Ja. Ja, 6 Sekunden. Bleibt in dem vergleich der Abstand aber. Tja, so, danke, moin. Was ich dich mal fragen wollte, Dissy, musstest du dir diesen Rundfunkbeitrag Mist da auch durchmachen? Nee. Nee, musst du nicht. Dafür bin ich zu klein, also selbst jetzt, wo wir so, ich sag mal, einen sehr großen Hype haben, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, also hier ist ja momentan wirklich ultra viel los im Kanal, also da fall ich immer noch aus dem Raster. Ist für mich auch mittlerweile irrelevant, wenn ich hier in der Schweiz bin. Ja, 20.000 Zuschauer im Durchschnitt. Also ich sag mal so, um jetzt mal wirklich ehrlich mit euch zu sein, ich bin ganz, also wir haben jetzt glaube ich den zweiten Monat, der so richtig krass ist, wenn wir das irgendwie halten, ist das schon ziemliches Achievement. Also ich bin momentan, ich habe vor zwei oder drei, nee, vor zwei Wochen habe ich ja Berichte geschrieben, weil ich schicke ja meine Statistiken an die Sponsoren raus, da ist mir fast die Hinten da runtergefallen. Also das explodiert hier ja gerade ins Unermessliche, das ist ja verrückt. Also auch die Subs sind so konstant gerade, das ist Wahnsinn. Also danke an der Stelle nochmal, es freut mich sehr, dass euch das allen gefällt und das so gut wie fast alles, was so in die Richtung kommt bei euch gut ankommt, das finde ich schön. Also es freut mich auch sehr. Es steckt noch viel Herzblut und Liebe drin. Mittlerweile. 100% Plus Subs? Ja, reicht gar nicht. Wenn wir nicht diesen Monat sogar noch die zwei nochmal voll machen. Das ist halt total crazy. Und dafür, dass heute E3 ist, Sommer ist, ich glaube wir sind irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir zuschauen, aber so knapp über 1000 oder schon mehr über 1000. Das ist schon, das ist schon echt krass. War schon richtig krass. 20k locker, aber bitte mit alle über 30. Das wird schwer zu mir hier, das wird schwer. Äh, schau so, was habt ihr hier gemacht, weil ich schon Platz? Wie lief das auch schon drin? Mh, also ich glaube in der Teamleistung, äh, man hätte, man hätte besser machen können, also ich hatte einen Bock, also ich habe einen Fehler, meine Leistung, meine persönliche Leistung war nicht so gut heute, also hätte besser sein können. Kann man dran arbeiten. Winzen hat jetzt auch so einen zweiten Stint, ein paar Schwierigkeiten, aber ich glaube ansonsten waren wir relativ gut, also ich meine wir sind P6, vielleicht noch P5, mal gucken. Also ist schon eine gute Leistung. Ich denke, ich denke das ist schon okay. Wir werden immer schneller und als Team immer besser. Ist okay. Ist aber Luft nach oben. Auf jeden Fall. Aber, also dieses Jahr sind wir als Team, so diese drei Konstellationen, wie wir jetzt sehr viel auch fahren, glaube ich sind wir schon sehr stark geworden. Also das freut mich auch sehr, dass immer von Rennen zu rennen, dass es immer besser wird, so. Vor allem werden wir auch alle als Fahrer noch schneller. Das ist auch Wahnsinn. Also mir fehlt nicht mehr ganz so viel, also dass ich nicht mehr der schlechteste bin. Also in Barcelona waren wir alle drei gleich auf, glaube ich. Hier hat mir jetzt noch so eine halbe Sekunde gefehlt würde ich sagen. Also, sagen wir mal, eine ist schon okay. Und ich finde das voll schön, wo ich das gerade im Chat lese, dass wir auch in fast jedem Rennen mittlerweile ein Schwesternauto mit dabei haben. Was auch echt cool ist. Und das halt auch momentan ganz viele andere Creator, so wie Sascha oder Jay von Peace Meets, dass sie auch alle mit rein diiven, so und das Rennen oder sehr auch noch so viele andere. Das finde ich sehr schön. Das finde ich topi. Wo wollte er denn hin? Äh, okay. So, der hat rechts irgendwas gefunden, ne? Hab die 11 von 12, hab die gemacht heute? Hab ich das richtig gelesen? Guten Tag. Hey, Michel, was geht, na? Oh, ich hab dich schnell zu voll. Ist Moped fertig oder wann? Nee. Ich brauch, ich brauch noch ne neue Bremsleitung. Okay. Weil die, weil die ist zu kurz. Ach, scheiße. Also, du musst dir das so vorstellen, ähm, ich hab den Lenker jetzt höher gemacht, um meine Handgelenke zu entlasten. Ja. So, beim Fahren. So, und, ähm, dadurch brauch ich länger, ich hab zwar eine lange Bremsleitung dazu, aber ich hab die Bremse, die Originale, hab ich nicht mehr dran. Das ist eine Suzuki und ich hab eine Bremse von der Yamaha dran gebaut. Ja. Ja, ganz weird. Ach, scheiße. Ja, und die kannst du halt in alle Himmelsrichtungen vorstellen, die Lenker. Ja. Und, bis du da mal ne richtige Einstellung gefunden hast, abhauen. So, klär mich mal, warum sind wir... Nee, kein Superbike Lenker, Olli. Äh, wir sind, wir sind sechs, weil ich vorhin, ähm, aus Versehen das Auto einmal verloren hab und 24 Sekunden Schaden drauf hatte. Aber hast du's wiedergefunden? Ja, hab ich. Ich hab danach aber noch ne... Ich hab danach noch ne DT kassiert, weil ich das Auto mit drei übernommen hab und ich war ja so fuchsig in dem Moment, weil ich echt schnell war. Also ich war wirklich schnell. Und dann hat, äh, Elwinko mir halt, wie Elwinko halt in seiner Motivation immer ist, ey, das ist voll ein Superbagger, Tolli! Und ich mag das halt nicht. Und zwei Minuten später kam Zentrum nochmal, Bagger, das ist aber super Pace! Und danach war Pace halt einfach weg. Oh, Alter, das schickt so. Äh, nächste Frage? Ja. Wo ist unser zweites Team? Äh, vier glaub ich, aktuell. Müsste auf vier sein. Ach, ja, gut, ja, genau. Platz vier. Nice. Aber noch in derselben Runde. Ist Vince nochmal gefahren? Äh, nee. Ach so, Linda, nee. Wie ich schreie, ich schrei doch gar nicht. Ja, also die sechs ging auf meine Kappe. Auf jeden Fall heute. Vorne passieren halt sehr wenig Fehler, also schwer ranzukommen. Oh, scheiße, ich hab nicht die schnellste Rennrunde. Tenslay 21 00. Äh, 41 00. Sag mal, das... Das Kia Alami-Ding, ne? Fahren wir da jetzt zusammen, oder nicht? Wir müssen da... Ich hab überhaupt keinen Überblick. Also ich hab nix mehr auf dem Schirm irgendwie. Nee, ich auch aktuell. Mein Kopf ist momentan voll. Ja, dann kümmere ich mich nächste Woche da mal drüber. Oder morgen. Jawohl. Dass wir da... Nee, ich hab euch nicht vergessen, shit. Sorry. Alles gut, mach. Ich hab euch nicht vergessen, chat. Ich hab jetzt wirklich die ganze Zeit am Motorrad geschraubt. Ich hab eigentlich auch gar keinen Bock mehr. Zumal ich morgen... Ich wollte eigentlich morgen fahren, ja? Ich kann nicht fahren, weil ich... Ja, der fucking Bremsleitung fehlt, Mann. Müsst du nicht irgendwo her? Ach nee... Nee... Na, irgendwie ein Kumpel oder so? Nein, die muss angefertigt werden. Ach so, okay. Entschuldigung, ich kenn mich doch mal näher aus, Mann. Sieht doch nicht. Vielleicht kannst du auch einen Gartenschlauch ranmachen oder so'n Scheiße. Nee, das geht nicht. Könnt ja mit einer Bremse bremsen, Olli. Einfach nur die rechte Zange nehmen. Die linke wird überwärts. Also theoretisch würde das sogar gehen. Aber ich glaub, da ziehen die dann da rechts zwei in Bremsen. Da hab ich irgendwie keinen Bock. Nee, das mach ich trotzdem nicht. Übrigens, Michael, du hast recht gehabt, dichter dran sitzen ist besser. Also die 20 Zentimeter haben echt viel getan, so. Das ist mehr Immersion. So, wie sieht's denn aus? Unser zweites Team, schaffen die noch ein Podium? Äh, nee. Max sitzt aktuell im Dribbel. Der hat sich jetzt erst so'n bisschen gefangen. Also sieht nicht so aus, als wenn die da... Na, also es sind zehn Sekunden. Äh, aktuell fährt der Aston auf drei bisschen langsamer. Aber ich glaub, in acht Minuten wird er nichts mehr. Ja, Olli, ich muss jetzt einfach eine neue Leitung ordern. Hatte ich zwar jetzt finanziell nicht auf dem Deckel. Kostet glaub ich auch nochmal 40, 50 Euro, die scheiß Leitung. Da bin ich bei dem Umbau schon bei über 500 Euro. Und das ist schon hart. Du, Madu... Vor allem, weißt du was das... Maga, du wärst dort komplett verloren, ne? Wenn du so'n Umbau machen würdest. Ich? Alter, ja. Da ist keine Einbauanleitung dabei. Nix. Null. Ja, aber dafür bist du doch auch Mechaniker, Alter. Aber noch kein Zweiradmechaniker. Weißt du, wie ätzend das ist? Du hast ja Gaszüge und Kupplungszüge, ne? Die musst du alle... Weil du machst ne ganz Lenker ja höher. So, und da sind die ja alle zu kurz. Du musst das alles umlegen und... Oh, hör mir öff. Ja, aber... Hallo, ob nur zwei oder vier Räder. Äh... Du bist doch versierter Behorning, ne? Ah, das ist schon'n Unterschied. Umbauten sind immer... Also, wenn du nichts Originales dran baust, was... Was dann jetzt... Das ist nicht ganz so einfach. Ja, ich hab' kein Grab mehr. Ja, einfach mit der Flex und Abfahrt. Würde ich sagen. Also hätte ich jetzt immer. Ja, ja. Genau, genau. Du glaubst gar nicht, wie mich das ankotzt, dass ich morgen nicht fahren kann. Das kotzt mich übelst an. Ich bin übelst mad. Vor allem, da kommt mein Vater dann noch... Ähm... Äh... In der Garage. Ich hatte ja mein Auto draußen geparkt, weil ich ja in der Schraube... Äh... In der Garage schraube. Ja. Kommt mein Vater so rum. Dacht hier. Geh mal raus an dein Auto. Du hast hinten rechts Platten. Da war ich gleich wieder bedient, Mann. Echt? Hast du... Mal kaputt, oder? Ja, ja. Ist ne Schraube drin. Oh, fuck. Muss ich morgen... Muss ich morgen Winterrad drauf machen. Und das dann mit auf Arbeit nehmen. Ach, scheiße. Ja, das ist übel. Ja, Dominik schreibt es gerade. Zwei- und Vierrad ist schon ein großer Unterschied. Das war auch nur so dahergesagt, Leute. Hast du Scheiße am Schuh, ja. Aber es war richtig als Samstag heute. Dann hast du ja auch richtig in die Scheiße gegriffen. Gut. Schön. Ja, ja. Teamleistung, kacke. Mit dem Fahren ging es eigentlich. Es ging dann erst mit dem... Ich wusste aber, dass das scheiße wird. Ich hab mich dann seelisch schon vorbereitet. Ich hab mich heute zwar übelst gefreut, wo ich dann runter bin und das Paket war da. Ja. Aber... Dann, wo es dann los ging... Ah, knapp. Ich hab mich auch gefreut. Der Anfang war sehr schnell. Ja, jetzt werde ich noch ein bisschen Abbrot essen. Da muss ich mir noch... Also wenn wir jetzt hier in 5 Minuten... Da muss ich mir noch einfallen lassen, wo ich den Bremskräfte noch hinbaue. Das ist das nächste. Ja, belastend. Keine Lust mehr. Aber ich will das heute noch fertig haben. Was macht denn Vince hier, sag mal? Reifendrücker sind nicht so gut. Der will, glaub ich, einfach nur das Autosave durchbringen. Wenn er noch eine DT kassiert, ist das uncool. Ja. Wie weit... Wie weit ist denn der andere da noch weg? 5. Ey... Müsste länger sein. Nach hinten meinst du? Bevor... Jaja. Achso, nach hinten. Nach hinten ist genug Platz. 40 Sekunden. Ja, der kann auch noch eine DT mitnehmen. Er wäre mit 28er Luftdrücker. 28, 24, 5. Ich denke, das ist doch ein Reifenluftdruck-Experte. Ja, aber das ist halt warm geworden jetzt, ne? Ich denke, das stimmt nicht. Ich denke, das ist doch eine ganze DT ist. Näh? Du hast dich genommen schon. Hör ich mal, was in der Mitte? Ich glaube, dass wir das nicht mehr schaffnen. Dann lieber mal als kommt, auch, dann noch mal. Aber als dich rausgeschmt wurde. Und die ist ähnlich großartig auf. Der ist nicht mehr, 예를 versuchte dir. Der ist auch so weit zurückgefallen, ne, der Hembüller. Der ist auf 14, der war schon auf 3. Den hat es auch, glaube ich, komplett zerlegt, irgendwann. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt den Bank. Tschüss, aus. Peace, Trubidou. Ehre. 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 Mixed-up-schiffen drei Monate war ja. Gleich kommt der DT, wenn der so weitermacht. Jetzt ist ja immer nicht so pessimistisch, Mann. Einer hat dann mal frei, glaube ich, an der Straße. Ja, ja. Nee, hat er keinen, hat ihn bekommen, hat ihn bekommen. Hab ich dir doch gerade gesagt. Er hat dann jetzt drei Cuts da drauf gepackt? Alleine? Ja. 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 Und ich krieg wieder... Nee, zwei. Zwei hatte drauf gepackt. Zwei. Du hattest einen. Ja, stimmt. Einen hatte ich. Ich krieg wieder das scheiß Auto mit drei, Alter. Schön. Ich bin wieder der Pimmel dann. Ist okay. Weiß ich nicht. Hab ich mit zwei abgegeben. Und für eine, will ich mal sagen, konnte ich fast nicht, weil ich da im Überrundungsverkehr steckte. Ja, ja. Das will ich jetzt auch wieder sagen. Und ich krieg wieder die Scheiße dann, weißt du. Merk mir das. Bei Jay alles glatt genommen? Ja, ich glaub Jay hat ein gutes Ding gemacht. Hat ein paar... Irgendwie hat er ein paar Plätze verloren. Genau. Er war vorhin da gemeint. Er hat irgendwie, glaub ich, einen leichten Dreher gehabt oder sowas ansonsten. Aber relativ gut durchgekommen. Schön. Das freut mich. Das freut mich. Ja, so gut. Sorry, dass ich nicht da war. Aber ich hatte heute noch andere Prioritäten gesetzt. Und ich hab einen Stream halt laufen lassen. Aber ich hoffe, mir wurde trotzdem unterhalten. Schön paar Follows gespeckt. Für die, die noch da geblieben sind. Ich weiß nicht. Ach so siehste, hab ich noch gar nicht geguckt. Ja, wollte ich grad sagen. Wahrscheinlich 3000 Euro gemacht, aber noch nicht mal reingeguckt, weißt du. Hauptsache von Bremsleitungen reden. So wichtig ist die Trello. Ah, die Schuhe hab ich gut geliefert. Alles klar. Schuhe haben unterhalten. So, letzte Runde oder vorletzte? Äh, musst du eigentlich letzte werden? Auto 8. Ja, das könnte knapp werden. Aber das müsste aber reichen. Die letzte Runde eventuell. Ey, wer hat das jetzt schon gesagt? Leaders and Final Lap. Nee, aber nicht für uns als Zuschauer. Oder? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube für uns nicht. Ja, wenn er schlau ist und nicht nochmal über die Ziellinie fährt. Warte mal. Gucken wir mal. Auto 8. Ey, was ist der 8? Nee, das ist letzte Runde. Definitiv. Das sag ich doch. Er traut mir doch endlich mal. Ja. Ich sag das wird knapp. Nein, das ist letzte Runde. Ich hab grad geguckt. Er schafft nicht noch eine Runde. Er biegt ja jetzt erst in die letzten Kurven. Naja. Mein Team hört nicht auf mich, Chad. Ich hab die letzten paar Rennen mich als sehr guter Boxeningenieur positioniert. Aber mir glaubt ja keiner mehr. Vor allen Dingen Michel nicht. Michel glaubt mir nie. Wird abgewunken, oder? Okay, erklärst du. Bist du? Ja. Das hab ich schon nach der ersten Probe gesagt. Vertrau mir endlich, Senpai. Ich bin zwar noch nicht so schnell wie du, aber ein bisschen was kann ich auch. Der braucht noch mal Senpai. Senpai? Der ist, wenn du Senf und einen Hai in ein Glas machst und das durchschütterst, dann kommt da Senpai. Ah ja. Ah ja. So. Haben wir es geschafft. Platz 6. Nice. Beide Team auf Platz 4. Nice. Wie viele Punkte waren drinnen? Bei der Dings hier, Chad? Alle. Wir haben ja gar nicht gegen uns gevotet, sehe ich gerade. Chat nicht vergessen, auch bei den anderen reinklappen. Ja, das war alles andere als GG, Käfer. Hat der gerade gesagt, das war alles andere als GG? Ei, 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 ei. Keine Ahnung. Ei, 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 ei. Wenn, dann heißt das, äh, äh, GR. Guter Raze Ich glaube 85.15 war die Wette 293.000 nur? Ach du hast 235.000 plus Oh da What the fuck Sag mal Vincent, hast du grad bei Max ein Breakcheck gemacht? Ja! Cool, das SA-Rating du Arsch! Das ist meins nicht deins Nein, das SA-Rating geht uns durch den Stern Übrigens ist das hier noch schlimmer auf dem Krasse als ich dachte Holy Shit Ich meinte auch das von Max, dein SA-Rating ist egal Ach so Wo ist denn der Lutscher? Der wartet ja nicht mal Der schiebt mich hier raus und wartet nicht Warum sollte er auch auf dich warten? Warum sollte er auch auf dich warten? G-G's